Moins und Freunde der Sonne, es gibt wieder eine neue Folge Dizzy Cars und das hat sich ganz spontan ergeben am gestrigen Abend, als die andere Folge aufgenommen wurde und wir haben einen fantastischen Gast hier, Jonas van Dreuten. Jonas, ich grüße dich. Ja, ich dich auch. Moin. Eventuell gibt es ja den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt da draußen. Vielleicht möchtest du ganz... Wahrscheinlich. Bitte? Sehr wahrscheinlich, ja. Vielleicht möchtest du ganz kurz mal oder auch länger einen Abriss machen. Wer, was und warum du eigentlich hier bist? Ja, ich bin Jonas van Dreuten, war einer der Teamgründer von Garage 991, wo Marco Bischof, aka Mavics, damals doch sehr aktiv gefahren ist. Bin den World Cup zum Beispiel mit Henrik Gamberl und Jan Biermann gefahren und war jetzt zuletzt bei Kakrema Racing eSports. Also, ja. Der World Cup war ACC, korrekt? Richtig, genau. Ja, das muss man ja dazu sagen. Vielleicht gibt es ja irgendwo anders noch einen World Cup. Genau, also früher war ich ACC-Fahrer und seit zwei Jahren würde ich mich als reinen iRacing-Fahrer bezeichnen und, ja, genau. Deswegen bin ich jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen öfter zu sehen, weil jetzt gerade einfach die Bewegung hin zu iRacing sehr, sehr stark ist, genau. Du bist öfter zu sehen? Ah ja. Was fährst du denn in iRacing? Also, gibt es irgend so so ein Steckenpferd oder bist du einfach nur so ein Fahrerfahrer, der gerade fährt? Also, wenn ich jetzt ein Auto sagen müsste, was ich gerne fahre und was ich auch, glaube ich, ganz gut beherrsche, ist es der Cup-Porscher. Gerade auch im Hinblick auf die DNLS, die ich jetzt zweimal mitgefahren bin. Aber grundlegend machen mir auch Prototypen wie LMDH und so weiter Spaß. GT3 ist ehrlich gesagt nicht so meins. Aber ich bin auch gerade mich so ein bisschen am Ausprobieren und einfach wieder diesen Spaß am Simracing finden. Und da habe ich zum Beispiel auch letztens unfassbar viel Spaß im M4 GT4 gehabt, was ich vorher nie angerührt habe. Okay. Also, bin da aktuell so ein bisschen auf Erkundungstour, was mir langfristig Spaß macht. Aber ich gehe schon davon aus, dass das irgendwo dann in die Hypercar, also GTP, LMDH Richtung geht, muss man ja sagen. Okay. Also, hast du ja dann schon alles durch quasi? GT3, LMDH, LMP, Porsche Cup, Cup-Porscher meine ich? Ja, GT3 war in der ACC, hat mir mehr Spaß gemacht als in iRacing. Also, ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht so der große Freund von GT3s in iRacing. Ich weiß nicht, ob ich da alleine bin, aber ich würde da lieber, also gerade in der IMSA sitze ich sowieso dann lieber im schnelleren Auto. Da kann ich den Verkehr irgendwo ein bisschen besser beeinflussen, als wenn ich jedes Mal weggetaucht werde. Ich fahre momentan auch lieber die Flundern. Ja. Du bist ja immer im LMP2 unterwegs. Ja, ich fahre viel LMP2 gerade, ja. Finde ich, macht es auch Sau-Laune. Bin ich mal einmal mit dem Marc Walzer zusammen, bin ich ein 12-Stunden Seabring-Rennen gefahren. Das war das erste Rennen mit Regen. Ja, sind zwar zweimal in der letzten Kurve gestorben, aber wir sind das Rennen zu Ende gefahren. Zu zwei, zwölf Stunden Seabring im Regen war im LMP2 echt ganz witzig, ja. Ja, die Fünzenbildung ist ja doch sehr interessant auf Seabring. Ja, gerade die letzte Kurve. Wenn die Reifen noch nicht da sind und man gerade in der Outlap ist und der Kollege zuvor genau an der Stelle eingeschlagen ist, habe ich mir gedacht, muss ich das auch mal ausprobieren, ja. Hast du quasi nachgemacht, ja? Ja. Fantastisch. Ja, ich habe gedacht, den großen Marc Walzer, dem muss ich das jetzt nachreifern. Ist das ein großer Fahrer? Also muss ich jetzt mal fragen, ich kenne Marc nicht. Also ich bin mit Marc ja damals, also in ca. Kramer Racing E-Sports Zeiten, bin ich ja ACC gefahren. Und dann gab es ja 2022 im Frühling, würde ich behaupten, so der erste große Bruch bei mir mit ACC. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Patch das war. Ich glaube 1.8, einer der früheren Patches. Und da hatte Marco, zu dem ich ja wirklich so mit den engsten Kontakt damals im Simracing hatte, mit dem ich ja auch wirklich alles gefahren bin, hatten wir so diesen ersten Bruch, diesen ersten Knacks, wo wir gesagt haben, okay, ACC, da kam schon dieser Turnus immer wiederholstig, also immer dasselbe, immer dieselben Strecken, immer dieselben Fahrer, immer dieselben Serien. Und da sind wir dann sporadisch mal so ein bisschen in den iRacing reingetaucht und ich bin da irgendwie nicht mehr so richtig von losgekommen, beziehungsweise hat mich ACC nicht mehr zurückgecatcht. Und ich bin bei iRacing geblieben, Marc ist bei iRacing geblieben und wir sind dann 2022, 2023 den Winter die erste DNLS gefahren. Und das war so dann der Startschuss. Und die Reise hat Marc auch mitgemacht. Und Marc ist mittlerweile doch echt, ich würde sagen, im Cup Porsche gibt es da wenig gerade auf der Nordschleife, die da schneller sind. Also Jan hatte ja letztens gesagt, dass ich einer der Schnelleren bin. Stimmt wahrscheinlich auch, aber Marc ist dann trotzdem immer noch so ein bisschen, so ein müh, so ein müh schneller. Genau, wir beide haben uns zusammen so ein bisschen da reingegroovt, genau. Da kann man sich jetzt also Nachhilfe holen dann, ja? Ja, er hat Marc auch eine sehr, sehr ruhige, angenehme Art. Ich glaube, der könnte ganz gut als Coach fungieren, ja. Okay, gut zu wissen. Lass uns aber mal ein bisschen zurückspulen. Wir sind ja jetzt schon hier in der Gegenwart. Du bist ja schon ein bisschen gesetzter, würde ich sagen, vom Alter her. Also normalerweise sind die Gäste ein bisschen, naja, doch auch jünger. Wie ging das denn bei dir alles los, dass du da so reingeschlittert bist in diese SimRacing-Geschichte? Ja, also los ging das 2016. Da bin ich zum ersten Mal in den Genuss des Langstreckensports gekommen. Ein guter Freund, der Steffen, mit dem ich damals auch G991 gegründet hatte, der hatte mich damals mit zur Nordschleife mitgenommen. Und dann war das Quali-Rennen zum 24-Stunden-Rennen 2016 das erste Mal, dass ich mit Tourenwagen in Kontakt gekommen bin. Und das hat mich irgendwie nicht mehr so richtig losgelassen. Er hatte schon einen PC und hatte auch ein Logitech-Lenkrad. Und ich habe mich immer gefreut. Wir haben uns nicht so oft gesehen, weil er wohnt in Köln, ich wohne in Kebeder, beziehungsweise Rees damals. Also es sind so eineinhalb Stunden Auto. Und wir waren natürlich dann auch noch minderjährig. Also ist man nicht mal eben kurz jedes Wochenende hingefahren. Also wir haben uns so zwei-, dreimal im Jahr gesehen. Und jedes Mal, wenn ich da war, habe ich mich immer ultra gefreut. Er hatte einen PC, ich hatte keinen PC. Er hatte einen Lenkrad, ich hatte keinen Lenkrad. Und dann haben wir da immer so ein bisschen rumgefahren. Assetto Corsa war es damals. Ja, und damals, muss ich aber auch sagen, war mir mein Taschengeld irgendwie ein bisschen zu schade, da direkt für, weiß ich nicht, sechs, siebenhundert Euro plus mir einen Rechner zu kaufen. Und das waren halt immer so diese Lichtblicke, die man dann hatte. Und dann waren die Lichtblicke aber schnell wieder weg und vergessen. Und genau, ich habe 2017 meine Ausbildung gestartet. Und dann hat man ja so das erste Geld verdient. Und die erste Ausrüstung, das war damals ein Funatec CSL Elite Bundle, habe ich mir 2019 im Sommer gekauft. Da ging es gut. Ich muss nur lachen, sorry, dass ich unterbreche, aber wenn du von 2016 minderjährig sprichst, so, da war ich schon. Ja, da war ich 17, da waren wir gerade so im Rahmen des Führerscheins. Ja, das ist auf dem Weg dorthin. Das kracht bei mir gerade rein, dass ich doch schon ein bisschen älter bin. Ja, für mich ist es auch irgendwie komisch, wenn ich überlege, das ist acht Jahre her jetzt. Ja, ja. Ja, und genau, 2019 habe ich mir dann das CSL Elite Bundle gekauft, am Schreibtisch, sporadisch, da alles so hingestellt, mit dem kippeligsten Kippelstuhl gefahren, der natürlich auch Rollen hatte, so wie jeder das halt kennt, wie man halt anfängt. Ja, und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, okay, jetzt habe ich den ganzen Mist gekauft, aber so die Open Lobbys in ACC, die sind jetzt nicht so der Sorge. Die machen jetzt nicht wahnsinnig viel Spaß. Ja, und dann habe ich das alles so ein bisschen wieder beiseite gelegt. Ich glaube, ich hatte es zwischenzeitlich dann auch wieder abgebaut, weil es natürlich auch wieder Platz vom Schreibtisch nahm. Und dann im Winter habe ich mir gedacht, ey, gibt doch bestimmt irgendwo irgendwelche Serien, liegen, irgendwas gibt es doch bestimmt. Dann habe ich mich so ein bisschen schlau gelesen und bin am Ende beim Massive Motorsport Simracing um Mike Nygoda und Titus Konrad gelandet. Ja. Und die hatten das dann doch sehr professionell aufgezogen. Die hatten einen unfassbar langen Grafenkatalog. Also da wurde wirklich jedes Kmh in der Box zu schnell. Was vom Spiel damals nicht bestraft wurde, wurde da wirklich, es wurde jede Boxeneinfahrt von jedem Auto zu jeder Zeit überprüft, ob der an der Linie 49 Km hatte. Und wenn der keine 49 Km hatte, hast du sofort 10 Sekunden Strafe gekriegt. Genau. So habe ich auch geguckt. Ja, erstes Rennen, Silverstone Regen, war völlig, völlig überfordert. War vom Grundsatz her auch nicht so langsam, aber bin natürlich Silverstone Boxeneinfahrt im Regen noch nie vorher geübt, weil ich mir dann gedacht habe, okay, wird nicht so wichtig sein. Ich habe mir den Strafenkatalog auch vorher nicht angeguckt und bin dann damit, ich glaube, es waren am Ende 75 Klamotten reingeheatet. Ja, und dann guckst du dir dann am Mittwoch, haben die dann immer Steward-Sitzungen gehabt, dann guckst du so, ich war doch eigentlich auf P13. Und dann warst du einfach auf P35. Wegen den Strafen. Und da hat es zum ersten Mal Klick gemacht. Erstmal fand ich es so völlig übertrieben, aber dann habe ich mir gedacht, okay, du weißt ja genau das, was du ja wolltest. Also es ist ja genau das, was du in der Open Lobby nicht bekommst. Da fährt ja jeder wie Kraut und Rüben, aber in so einer Liga halt nicht. Ja, und dann hat es mich irgendwie gefangen. Und zweite Runde war Porikar und ich war auf Porikar. Ich weiß nicht, wie dein erstes Mal Porikar auch sah. Meins sah auf jeden Fall sehr schlecht aus. Ich bin überall angefahren und nirgendwo. Und bei der Liga musste man immer 20, nee, wie viele Runden musste man? Pflichtrunden. Es gab Pflichtrunden, die man vor dem Rennen fahren musste, weil sonst durfte man nicht am Samstag das Rennen fahren. Ich meine, auf Porikar waren es so 50, aber die mussten gültig sein. Ja, so habe ich auch geguckt. Also als ich gemerkt habe, dass halt überall Tracklimits sind. Ja, und dann war ich auf dem Trainingsserver und Titus war auch auf dem Trainingsserver. Der ist damals Lexus gefahren, ich Bentley. Und der hat gesehen, meine Linie ist halt komplett für die Tonne gewesen. Komplett. Ich bin 1,59er-Zeiten gefahren. Und dann hat Titus mich in den Discord eingeladen und hat mir dann Coaching gegeben. Oh ja. Und wie das Rennen das so wollte, kam die sich halt vorne. Die waren halt alle schneller als ich. Keine Frage. Vielleicht mal hier und da 3, 4 Zehntel. Aber ich bin ins Ziel gekommen und die anderen nicht, weil die sich halt alle irgendwo weggelegt haben, Durchfahrtsstrafen kassiert haben. Und ich bin am Ende, in dem zweiten Rennen, bin ich Zweiter geworden. Oh, schön. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann möchte ich jetzt mehr machen. Und dann kam Corona pünktlich. Pünktlich nach der Entscheidung. Ja, und dann ging das alles richtig schnell und ich bin super viel gefahren. Virtual Motorsport, Simracing hieß es, glaube ich, damals. VMS. Weiß nicht, ob du da auch mal gefahren bist. Ich glaube, bei AC bin ich ein Rennen VMS gefahren. 24 Stunden Daytona. Okay. Ja, also VMS war dann wirklich so der Startschuss. Ich bin dann relativ schnell von Massive Motorsport Simracing zu VMS gegangen und dann hat das alles seinen Lauf genommen. Dann habe ich auch irgendwann im Discord Jan Biermann, Maurice Frank, Henry Gamble, Leon Schröder kennengelernt und dann war ich da auf einmal in dieser Bubble drin und bin da nie wieder rausgekommen. Wo ich auch echt drüber happy bin, weil das sind mittlerweile echt Freunde für das Leben geworden. Also muss man echt sagen, das war wirklich positiv an Corona, weil wir haben da super viel Zeit im Discord verbracht. Ich hatte sieben Wochen am Stück Homeoffice. Dementsprechend, ich bin sonst, sonst hatte ich immer zur Ausbildung eine Stunde hin, eine Stunde zurückfahrt. Die ist ja entfallen und die Zeit war man dann halt im Discord mit den anderen und wir haben da super viel Zeit miteinander verbracht und verbringen die halt jetzt heute weniger im Discord, sondern wenn dann halt im realen Leben. Also es ist echt, wenn Corona was Positives hatte, dann auf jeden Fall das. Muss ich echt sagen. Und bei der VMS bist du, hast du dich denn entschlossen, was zu machen danach? Ja, dann hatten wir unser eigenes Team gegründet. Ich wollte immer mit Steffen, also mit dem Freund, mit dem das alles losgegangen ist, wollte ich halt, wir hatten halt nie die Möglichkeit, gerade, wir hatten immer dieselben Hobbys, wir haben Fußball gespielt, wir haben beide zusammen Tennis gespielt, aber da war halt immer diese, da waren halt immer diese 130 Kilometer dazwischen, habe ich mir gedacht, ey, super, Simracing, ich habe jetzt ein PC, ein Lenkrad, du hast ein PC, ein Lenkrad, lass uns doch jetzt zusammenfahren, lass uns ein Team zusammen machen, dann üben wir quasi unter der Woche das Hobby halt am PC aus. Also wir haben dann auch deutlich mehr Kontakt als sonst die Wochen gehabt und ja, dann haben wir unser eigenes Team gegründet mit so ein paar Jungs von Massive Motorsport Simracing, die wir dann zusammen in gesammelter Mannschaft, ich glaube, wir waren am Ende, waren wir direkt fünf Autos, die gefahren sind und Titus war eins davon. Oder? Ne, Quatsch, Titus war in einem anderen Team, aber die sind dann auch VMS gefahren, weil die das Konzept ganz cool fanden und dann hat sich das so entwickelt mit G9 und 1 und dann bin ich ja auch zeitgleich noch bei Keck gefahren damals mit Jan und Gambal, ja, und dann ging das auch mit dem World Cup los, da hatte Jan ja viel erzählt. Ja. Ja, das war echt eine sehr, sehr coole Zeit, also ich denke da immer sehr, sehr gerne dran zurück, weil das im Endeffekt noch so eine unbeschwerte Zeit war, da war das halt alles, es war alles lustig, es war alles Spaß, du hast eine Durchfahrtsstrafe bekommen, hast gelacht, also irgendwie war, also wegen Tracklimits, nicht weil du einen rausgeschoben hast, sondern wegen Tracklimits, wollte ich ihn mal kurz klarstellen, ähm, aber da war das alles noch so, so locker und, äh, hatte nicht diesen E-Sports-Gedanken, obwohl wir am Ende dann doch, dafür, dass wir eine ziemlich chaotische Truppe waren, doch gar nicht so langsam waren. Habt ihr jetzt, die fünf Autos waren das Endu-besetzte Autos oder einzelne Fahrer? Sprint, immer weiter, ah, okay, okay, im Ästen, ja, und vor der, in ACC dann aber schon, ne? In ACC, ja, 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 und dann gab's, vor der neuen Season, gab's ein Testrennen, holy moly, da war ich kurz davor, danach wieder alles zu verkaufen, weil, da hab ich, in dem Testrennen, hab ich so unfassbar viel Mist gebaut, war auf Barcelona, das ging schon los, ich hatte mich, glaub ich, als Fünfter oder so qualifiziert, also wirklich gar nicht so schlecht für's Erste und hab's dann geschafft im Ästen und das ist ja wirklich schon eine Kunst, sich in der Aus-, in der Einführungsrunde hab ich mich gedreht, ja, in dieser Hairpin im letzten Sektor, und dann war ich ganz hinten und ich hatte schon so ne, ich wollte es halt irgendwie zeigen und dann hab ich in Lücken reingehalten, wo halt keine Lücke war und Kollege Remo Grossenbacher, ich glaub, der erinnert sich noch sehr, sehr gut an dieses Rennen und dann gab's danach so ne Fahrerbesprechung und dann war ich Teil davon und ich hab, ich hab wirklich fast angefangen zu heulen, also ungelogen, ich hab mich so unfassbar geschämt, weil ich, glaub ich, ich hatte Remo, glaub ich, dreimal in diesem Rennen auseinandergenommen, dreimal, immer denselben und die hatten ja noch ne Meisterschaft irgendwie zu gewinnen und ich als Gaststarter, der nix zu gewinnen hatte, hat dann da komplett Bowling gespielt und es war wirklich so, so, so schlecht, dass ich dann fürs richtige Qualifying für die neue Season schon ne Quali-Sperre hatte, weil ich so viele Strafpunkte hatte in dem einen Rennen. Ja. Wirklich. Ich hab mich da so unfassbar geschämt, haben wir einen Rechner ausgemacht und hab gedacht, fass ich die nächsten drei Wochen nicht an. War natürlich anders, aber da hab ich extrem viel draus gelernt, also da war die, da bin ich wirklich gefahren in der Open Lobby. Sei froh, dass du kein Content Creator bist. Ja, ich war ja mal zwischenzeitlich ein bisschen. Aber konnte man das sehen? Zu dem Zeitpunkt nicht. Zu dem Zeitpunkt nicht. Sei froh. Gott sei Dank. Sei froh. Ja, Remo, der muss sich Remo ja gleich mal fragen, Mensch, ob der sich da noch dran erinnern kann. Ja, der wird sich danach, das gibt's auch noch auf YouTube. Boah. Ja, die Kommentatoren, die waren auch echt sehr, sehr bedient, beziehungsweise sie waren sprachlos. Ja, wirklich, da bin ich auch nicht stolz drauf, aber der Remo, der wird sich gut dran erinnern. Ja, aber das schafft Freundschaft. Habt ihr euch danach mal ausgesprochen? Ich würde sagen, im ersten Moment, in den ersten Monaten hat's eher Feindschaft bewirkt. Oh. Ja, war zwischen Remo und uns nicht immer ganz so einfach. Aber ich glaube, jetzt mittlerweile ist, ich glaube, Remo ist da auch lockerer geworden über die Zeit. Ich auch, also, ja. Aha, Polig Jonas, also. Komplett. Okay. Ja. Kann dir nachher mal im Discord den Ding schicken zu dem Video, also, es ist wirklich, es ist wirklich sehr unterhaltsam. Wenn du den schwarzen Ästen siehst, der, äh, der war ich, ja. Also, du wärst quasi, zu der Zeit wärst du, Janskis Liebling gewesen, ja? Also, ich war damals der, der Blitten der erst, also der, der Anfangszeit, ja. Aha. Zumindest in dem Rennen, ja. Und wie ging's denn ab da weiter? Also, Karrieresturz, ging ja dann in den Keller. Dann ging das auch los, ich wollte unbedingt Endo fahren, auch bei VMS, und die hatten zwölf Stunden Bathurst, hatten die, äh, angekündigt. und dann hab ich irgendwen auf dem Discord angeschrieben, ey, suchst du noch einen Fahrer. Bentley, bin ich ja in der MMS-Liga damals gefahren, da hab ich gedacht, okay, wird bestimmt passen. Ja, und mit dem bin ich dann, und einem anderen, mit dem Pascal Willi, war das auch noch, genau, den Namen, er lieb ich auch noch, ähm, mit denen bin ich dann zwölf Stunden Bathurst gefahren. Klingt an sich sehr unaufgeregt, aber ich hatte mir bei Motelis damals einen Rick bestellt. Ah ja. Hab mir einen Sitz gekauft auf Ebay, einen Sparko-Sitz für 50 Euro, war vollkommen fein, und hab mir den dann zusammengeschraubt. Das Ganze kam am Dienstag an, und am Samstag war das Rennen. Und ich bin handwerklich wirklich, meine Eltern können es bezeugen, eine absolute Vollniete. Also komplett. Ich bin froh, dass es die Schulausbildung so gereicht hat, dass ich jetzt im Büro sitze und nichts Handwerkliches mache, weil das, ich, also handwerklich bin ich eine komplette Vollniete. Absolut. Okay. Ja, und im Endeffekt, äh, hab ich das Motetes dann selber zusammengeschraubt, und hatte aber nach dem ersten Stint, beziehungsweise 20 Minuten waren vergangen, in dem ersten Stint, da hatte ich auf einmal die Wheelbase auf dem Schoß liegen, weil ich die nicht richtig zu, festgeschraubt habe, also die Aufnahme. Und dann bin ich quasi zwei Runden Bathurst, weil das dann damals wegen dem Stint-Timer nicht hingehauen hätte, bin ich dann quasi gefahren, indem ich natürlich mit den Füßen Gas gegeben habe und gebremst habe, aber trotzdem mit den Knien die Wheelbase irgendwie hochgehalten habe, damit ich überhaupt noch lenken kann. Ja. Und auf Bathurst, kannst du dir vorstellen, ist halt nicht super angenehm. Ja. Okay. Und dann habe ich natürlich zwischen den Stints dann die ganze Zeit an meinem Rig rumgeschraubt und ich habe gedacht, es kann einfach nicht wahr sein, was ich hier gerade tue, aber am Ende sind wir, glaube ich, gar nicht so schlecht abgeschnitten. Ich glaube, wir sind sogar in den Top Ten gewesen. Dafür, dass wir wirklich nicht so viel Vorbereitung hatten, war es echt in Ordnung. Ja. Und dann ging das aber danach alles weiter mit Keck. Die hatten dann eine Sprint-Serie und dann bin ich Audi gefahren und habe damals den Stefan Jentsch kennengelernt. Der ist dann im Endeffekt bei G9-1 genannt. Also im Endeffekt alles super eng verwachsen. Also irgendwie kennt man alle und niemanden, aber meistens kennt man alle. Tito zum Beispiel habe ich im Endeffekt durch die erste Liga kennengelernt und jetzt sind wir zusammen bei Nitro. Also ja, es ist irgendwie alles sehr miteinander verwurschtelt. Ich dachte, du bist bei K. Krämer. Nee, ich bin jetzt mit Marc zu Team Nitro gewechselt. Schön, dass wir das jetzt auch mal geklärt haben und nicht so, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ja. Das ist alles auch noch sehr frisch, ja. Aber wir sind quasi wieder mit der alten Gang von K. Krämer zusammen. Also mit Marco, Gambal, mit Nora, mit Titus, mit Max. Ja. Genau. Gerade weil die jetzt auch natürlich mehr iRacing fahren, hat sich das dann irgendwo angeboten und ja. wir freuen uns, dass das im Endeffekt so wieder mit der alten Truppe zusammen ist. Wart ihr denn vorher auch alle bei K. Krämer zusammen? Ja. Das Ursprungs-K. Krämer-Team war damals Patrick Pignone, den kannte ich über die Simracing-Expo, der ist ja damals mit Huben in einem Team gefahren. Patrick Pignone, Niklas Huben und Marc Balzer haben Aerotronic eRacing damals gebildet und Patrick Huben und Marc habe ich zum ersten Mal kennengelernt auf der Sim-Expo 2021, weil Jan kannte, glaube ich, Niklas schon zu der Zeit und wir hatten dann für die Simracing-Expo, die war damals, 2021 war die noch am Nürburgring. Da war das nur in der Ring-Boulevard, im Ring-Boulevard ist ja so eine Riesensporthalle oder und daneben ist ja jeweils eine relativ große Fläche und die Simracing-Expo war nicht größer als diese eine Fläche 2021 und da haben wir alle dann kennengelernt, weil wir alle zusammen in derselben Unterkunft gepennt hatten. Wir hatten damals irgendwie eine Ferienwohnung mit zwölf Schlafzimmern gebucht, sportbillig, super cool, aber im Endeffekt dann haben wir uns alle kennengelernt und wie es der Wille dann oder wie es der Zufall dann so wollte, sind im Endeffekt dann Marc, Patrick, Marco und ich und Titus dann der Ursprung von K. Krämer gewesen. Genau, Henrik kam dann auch dazu auf meinen Rat beziehungsweise auf meine Frage. Grüße gehen raus an Jan, tut mir immer noch leid. Also wirklich, das war nämlich, Jan und Gambal waren ja sehr eng. Hatte Jan ja auch beim letzten Mal schon so ein bisschen bei seiner Podcast-Folge so angedeutet, dass es da so einen kleinen Bruch gab und der Bruch hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit dem Weggang von Gambal von Rennwelten zu K. Krämer zu tun gehabt. Aber das ist mittlerweile alles schon über zweieinhalb Jahre her und auch, glaube ich, vergessen. Tja, Jonas, also aus den Erzählungen raus bist du schon ein ganz schöner Penner. Nicht nur, dass du dich auf der Strecke daneben benommen hast, jetzt hast du Jan auch noch einen reingewürgt, was kommt noch alles zu Tage jetzt? Ja, das tut mir auch wirklich, also tut mir wirklich immer noch, ohne Scheiß. Wenn ich es so rückgängig machen könnte, würde ich es tun, aber am Ende war es, glaube ich, für Henrik kein schlechter Schritt, würde ich behaupten. Muss er beurteilen. Das muss er ja selber sagen. Das muss Herr Gampal selber sagen. Genau, ja. Auf jeden Fall Grüße an die alten, an die alte Truppe. Ja. Und jetzt, was ist dein Plan jetzt so für die Zukunft? Ja, mein Plan ist Spaß haben. Weg von diesem ständig, ehrgeizig, unter Druck performen wollen, weil dann geht es sowieso nicht, sondern einfach Spaß im Simracing haben. Ja. Viele Dinge fahren, viel ausprobieren, jetzt natürlich dann auch wieder irgendwo mit Marco, Gampal und Konsorten endlos fahren in iRacing. Das wird sich jetzt auf iRacing und auf Lemo Ultimate dann irgendwo konzentrieren. Da setze ich auch sehr, sehr viel Hoffnung rein in Lemo Ultimate, wenn die mal aus dem Early Access rauskommen. Ja. Da ist nicht mehr so viel Geld, ne? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Man hört es irgendwie immer so beiläufig, aber so richtig tief im Thema bin ich da nicht. Da sieht es nicht so rosig aus. Ist das so? Hm. 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 Dann müsste die Subscription wohl ein bisschen erhöht werden. Ja, wobei, da sehe ich aber halt auch langfristig das gleiche Problem wie bei ACC. Klar, es ist schön, wenn es Lizenz gebunden ist. Man hat Lizenzen für alle Teams, für alle Autos, für alle Strecken, die in der Serie gefahren werden. aber die WEC, das ist ja nun mal Fuck, die ist von den Strecken her halt noch limitierter als die GG World Challenge und dementsprechend kann ich mir vorstellen, wenn Le Mans Ultimate einmal so richtig raus ist, also veröffentlicht werden würde, ist es aber auch wahrscheinlich genauso schnell aus dem Daily Business wieder verschwunden, weil es einfach, weil es sich noch schneller wiederholt als ACC. Ist so meine Vermutung, muss ich nicht mit Recht haben, aber ich glaube, irgendwann, geht nur noch Spa, Sebring und Le Mans gefahren und dann hast du die drei Strecken genauso wie in ACC, Monza, Spa und Nürburgring dir zum Hals rauskommen, hast du das geläufig wahrscheinlich dann auch in Le Mans Ultimate. Wusstest du das iRacing gerade liebäugelt die WEC-Lizenz zu kaufen? Ne, das wusste ich nicht, aber das würde mich mehr als freuen. Ist das so? Mhm. Ja, ja. Das wäre für mich, wäre das glaube ich so der absolute, nicht Trauben, Traume sind anders, aber ich finde alleine, dass sie die IMSIA-Lizenz haben, ist schon wirklich cool, weil du hast halt wirklich alle vier GTPs, die jetzt bis auf den Lamborghini, hast du ja dann halt wirklich in der Simulation schon sehr, sehr schnell gehabt. also die waren ja kaum draußen und du hattest es ja im Endeffekt schon zum Nachfahren, ob jetzt die alle super umgesetzt sind, steh mal auf einem anderen Blatt, aber du hast ja zumindest als Simracing-Fahrer die Experience von Anfang an gehabt und dementsprechend, wenn jetzt dann noch die ganzen LMH-Typen dazukommen würden, was ja mit der WEC dann inbegriffen wäre, das sehe ich aber auch passieren. Sehr cool. Und dann sieht es nicht mehr so rosig aus für die Konkurrenz. Ja, dann hätte ich auch gar keinen Grund mehr oder gar kein Argument mehr, LMUltimate zu fahren, wenn ich ehrlich bin. Weil wenn ich alles in I-Racing, wenn ich alles in einer Simulation fahren kann, dann wozu brauche ich dann eine zweite Sim, um dasselbe zu fahren. Aber okay, also wenn du bist da wahrscheinlich mehr drin als ich, gehe ich ganz stark von aus. Ich habe da bisher noch nichts von gehört, aber wenn es so ist, dann... Ja, da wird geliebeäugeln. Aber dann ist aber auch der Ofen aus. Also für, ohne das jetzt in irgendeiner Art und Weise böse zu meinen, dann ist der Ofen aus. Für alle anderen. Für alle anderen meinst du? Ja. Ja. Da kannst du dann nichts mehr machen, weil dann hast du ja wirklich, wie du sagst, hast du alles auf einen Haufen. Das wäre giga. Also, dann hast du ja gar keine Argumente mehr für die anderen Simulationen. Ist ja einfach so. Doch, der Preis. Ja, der Preis. Ja. Der Preis wird und, also der Preis ist und wird auch immer ein Argument sein. Weil jeder hat ja einen... Weil ich aber auch sage, wenn jemand ein halbwegs vernünftiges Rick zu Hause stehen hat und alleine der Rechner, was da an Kosten oder was da an Geld steht. Und dann aber... Was denkst du denn, wie viele Leute ein fettes Rick zu Hause haben? Nicht viele. Da hast du recht. Natürlich, klar. Für den Casual Driver oder für denjenigen, der keinen Platz für einen Rick hat, ist natürlich iRacing auf Dauer sehr, sehr teuer. Aber wenn nicht, wenn du jetzt einmal, wie du oder wie ich, jetzt einen Rick hast mit einem Frippelscreen und wo du wirklich schon viel Geld rein investiert hast, dann sind halt 10 Euro im Monat. Natürlich ist das unfassbar viel Geld, klar. Aber dann summiert sich das irgendwo auf, weil ich denke mir, okay, eine Mitgliedschaft im Tischtennisverein, die kostet mich 20 Euro im Monat. Ja, aber das kannst du nicht vergleichen. Nee, findest du nicht? Nee, das kannst du nicht vergleichen, weil du musst ja jedes Auto, jede Strecke, musst du ja auch alles kaufen. Das geht nicht. Also das kannst du argumentativ so nicht, kannst du so argumentativ nicht machen. Wenn wir jetzt über Golf reden würden und würden das zur Rate ziehen, okay, Fußball vielleicht auch noch gerade so mit Equipment, dies, das, ananas, aber es ist halt, was halt viele Leute immer bei der Argumentation oder bei der Gegenargumentation mit reinbringen, ist ja, du hast ja so teure Hardware, dann wirst du dir das ja auch leisten können, aber die wenigsten Menschen besitzen überhaupt nur also fette Hardware. Das stimmt wohl. Wenn man sich jetzt mal die, ich weiß gar nicht, 40 Folgen, die ich mittlerweile Zuschauer-Rigs gemacht habe, da ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil in richtig fetten Apparater stehen. Die viele sind einfach kreativ, die haben einfach dann, die machen aus wenig sehr, sehr viel. Genau. Was aber auch maximal sympathisch ist. Ja, also da sind richtig, richtig schöne Apparate mit dabei. Aber wie gesagt, da kannst du das Argument, das zieht halt nicht. Da musst du halt, da musst du auch Bock drauf haben. iRacing lohnt sich nicht, wenn du einmal die Woche fährst. 100 Prozent. Ich hatte zum Beispiel auch eine Zeit, wo ich gar keine Subscription hatte. Also, wo ich einfach keine Zeit hatte, keine Lust hatte und dementsprechend habe ich gedacht, okay, wofür soll ich jetzt monatlich bezahlen? Dann, ich mache es auch nicht immer zwei Jahre im Voraus, zum Beispiel. Nicht? Ich habe da manchmal, ja, ich habe da zu viele Phasen, wo ich mir denke, nee, echt nicht, gerade nicht. Wobei jetzt natürlich, also jetzt, ich warte jetzt auf den Black Friday, dann wird, ja, werden die beiden Accounts, werden dann einmal für zwei Jahre im Voraus bezahlt und dann ist gut. Ja. Also, ich finde, glaube ich, wenn ich im Voraus reingehe, bin ich bei, keine Ahnung, vier Jahre oder so im Voraus. Ehrlich? Ja. Aber du hast ja auch nochmal die Oval-Komponente, ne? Du hast ja noch mehr Abwechslung als, weil die Jungs, die quatschen schon von Oval, wo ich mir sage, boah, ich bin, ich gucke Nesca wirklich sehr, sehr gerne. Ich wäre auch dieses Jahr fast beim Daytona Nesca-Rennen gelandet, fast, aber, ähm, ich bin irgendwie, glaube ich, nicht der Typ, der einfach, der 15 Dollar für eine Strecke mit zwei Kurven bezahlt. Bin ich nicht der Typ für, glaube ich. Das sind vier Kurven übrigens. Die Kurven werden geteilt in zwei. Entschuldigung, da bin ich schon raus, siehst du, da bin ich schon raus. Ich kenne, ich kenne die Jungs, die gut sind, Hamlin, Logano und so, aber da bin ich dann, dann, dann war es das auch. Ja, das muss ja jeder selber für sich entscheiden. Ja, wobei, wobei, ich mir denke, auch wenn ich, wenn ich dir beim Nesca-Fahren zuschaue, das mache ich wirklich sehr, sehr oft, weil mich das irgendwie, also es entspannt irgendwie, aber andererseits, wenn ich dann sehe, wie die manchmal, oder wie ihr manchmal dann wirklich auf der geraden, gefühlt Snake spielt, mit dem Netcode, den iRacing hat. Das hat mit dem Netcode nichts zu tun. Nee, aber der Netcode, der existiert ja auch im Oval. Und wenn das Ganze fällt, hab ich noch nie wirklich, noch nie, im Oval hab ich das noch nie wirklich gemerkt, dass da irgendwas bei Netcode passiert ist. Also wirklich nicht, nicht wirklich. Also ist das nicht derselbe Netcode wie, ja doch schon, aber ich hab das noch nie, also noch nie solche Sachen mit, du hast dich nicht berührt und der fliegt weg, hab ich noch nie, hab ich selber noch nie gesehen. Okay. Ja, dann nehme ich meine Auswahl zurück, aber dann nehme ich mich. Also ich will nicht sagen, dass das nicht passieren kann, ich hab's nur noch nie gesehen. Okay, ja, ja, weil das sieht manchmal so unruhig aus und dann denke ich mir so, boah, da muss jetzt einer irgendwie so eine mühefalsche, eine mühefalsche Entscheidung treffen und dann ist halt das ganze Feld. Ja, aber das ist doch die Faszination da dran. Da können wir Wreckfest spielen. Das ist nicht dasselbe. Ja, weiß ich. Wreckfest fährt keine, fährt keine 390 kmh. Hast du recht. Also ich werd, ich werd nix gegen Nesca sagen, ich werd nix gegen Oval sagen, weil ich habe die, ich habe die Befürchtung, ich habe die Befürchtung, dass irgendwann hier ein rundes Lenkrad dran steckt, Jonas van der Reuten, Nesca, Daytona fährt. Ich, ich, ich will's nicht ausschließen. So bekloppt wie Marco und die ganzen anderen sind, ich, ich kann, ich will's nicht ausschließen. Weiß Mavix jetzt? Hat Mavix einfach Bock auf Oval? Also sein Rating ist auf jeden Fall nicht mehr auf dem Standardrating, sagen wir so. Okay. Ja. Ich glaub wirklich so als Abwechslung. Ich würd ganz gerne auch mal Indica ausprobieren. Ich find Indica Indica ist richtig schwer. Schwer, ne? Ja, das ist richtig schwer. Ja. Ja. Also das ist, das hab ich, ich hab mir mal gedacht so, okay, ich geh mal easy in Indy 500 rein, mach mal so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Trainingsrunden. Ne. Ich hab, eine Runde hab ich überlebt. Und dann ist mir das Auto weggeflogen. Und glücklicherweise ist niemand zu Schaden gekommen, aber dann war mein Indy 500 vorbei. Ja, das, ja, ja, wahrscheinlich musst du es dann über die Zeit immer und immer wieder fangen, ja. Aber ist bei Nesca auch so? Wie bitte? Ist bei Nesca auch so? Ja, wobei da denk ich mir jetzt, bei so nem, erklärst mir bitte, ich hab wirklich keine Ahnung, bei nem Full Throttle Kurs. Ja. Daytona ist zum Beispiel so einer. Daytona ist super Speedway. Es gibt zwei Super Speedway, Super Speedway. Taladega und Daytona. Ja. So. Aber da ist nix mit Full Throttle, du. Erklär's, wirklich, ich will's, ich will's wirklich verstehen. Naja, du hast ja, du hast ja, Qualifying, du hast das Qualifying. Ja. Die fahren raus. Ja. Natürlich gibt's da wahrscheinlich andere Möglichkeiten, die Reifen zu erwerben oder auch nicht. Braucht man jetzt nicht zwingend, ja. Genau, aber theoretisch kannst du ja mit Eisklötzen rausfahren und du gibst die Qualifying-Runde einfach nur Vollgas. Ja. So. Wo unterscheidet sich jetzt ein Casey Kirwan, der, weiß ich nicht, ich glaub 10k I-Rating im Oval hat, zu einem, der 3k hatte. Also wo ist der Unterschied? Meinst du jetzt nur im Qualifying oder meinst du im Rennen selber? Im Qualifying. Also speziell jetzt im Qualifying und dann aber auch im Rennen. Im Qualifying beispielsweise, wenn du Super Speedway fährst und die erste Runde oben komplett fährst, dann hast du weniger Luftverwirbelung, weil das Auto ja an der Wand dran ist. Du hast dann quasi den Side-Draft und wirst sozusagen schneller an der Wand und dann lässt du dich runterfallen und fährst die zweite Runde, fährst du dann unten. Und dadurch bist du dann 2-3 kmh schneller. Und dadurch wird die Qualizeit dann schneller. Und dann kommst du herauf an, wie viel du lenkst. Also je weniger du lenkst und je weniger in deinem Auto arbeitest, desto schneller bist du ja am Ende. Und das sind halt wirklich Nuancen beim Qualifying, die kennen kaum Leute. Und im Rennen ist es halt einfach, wann du welche Entscheidung triffst. Also das ist super. Ich hab schon eine böse Befürchtung. Wirklich. Das ist halt, also Super Speedway fahren ist halt Schach bei 320 kmh. Mhm. So. Ja. Also, ne, wenn du jetzt, wenn du jetzt zwei Wide fährst oder drei, ne, dann spielst du halt Schach bei 320 Klamotten. Weil dann kommt's darauf an, wer, also wenn du vorne fährst zum Beispiel, verbrauchst du mehr Sprit als der, der dritte, vierte und fünfte. Ja. Weil der dritte, vierte und fünfte, die können kein Vollgas fahren. Ja, ja, das, das, das ist mir schon, schon durchaus ausgefallen. Also, dass es nur Vollgas ist, ist es nicht der Fall. Das hab ich, das hab ich vernommen. Der zweite schiebt den ersten, aber nur auf Super Speedway halt logischerweise, ne, konstant. Wenn, wenn Ballett ist, dann schiebt der zweite den ersten. Der dritte, je näher der dritte an dem zweiten dran ist, desto schneller kann der zweite auf den dritten aufschließen. Ja, ja, verstehe ich. Und das geht dann immer so weiter. Das heißt also, je näher alle Leute zusammenfahren, desto schneller bist du, weil du zwischen den Autos halt keine Luftverwirbelung mehr hast. So, und dann geht's dabei darum, so dicht wie möglich dranfahren und so viel Sprit wie möglich sparen, damit du beim Boxenstopp beispielsweise nicht so lange stehst. Das heißt, du kannst beim Boxenstopp dann wieder nach vorne fahren. Ja, das hab ich, das, 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 das weiß ich, dass es da wirklich auch um Sprit und, und, und so weiter geht. Ja, ich, keine Ahnung, ich will's nichts ausschließen, ich will nichts ausschließen, aber zur Weihnachtszeit, ja, kann es vielleicht passieren, dass wir uns irgendwo in einer rot-schwarzen Lurie über den Weg laufen, keine Ahnung. Das Ding ist halt, die meisten Leute, wirklich ohne Scheiß, Jonas, kann ich dir sagen, die meisten Menschen, die das ausprobieren, die bleiben, die bleiben da richtig drauf pappen. Ja. Weil du hast... Pixel, hier zum Beispiel Pascal Oppermann, kennst du wahrscheinlich auch noch, ne? Ja. Pixel-Knabe damals. Ich weiß gar nicht, was mit, was mit Phil ist, aber, ähm, mit dem bin ich damals auch viel gefahren, tatsächlich, und der ist ja dann auch irgendwann, der hat einmal iRacing oval gefahren und ist danach wenig anderes gefahren. Da blätten wir aktuell genauso. Da blätten wir beides. Ja, der muss, der muss ja auch noch die 5K dieses Jahr schaffen hier, ne? iRacing. Ja. Ja. Aber du glaubst, also wirklich, die meisten Menschen, wenn sie da mal drin sind, die bleiben darauf pappen. Weil du hast wirklich, also es gibt, es gibt wenig, wenig Rennen, Fahren, was so intensiv ist. Mhm. Und du kannst immer gewinnen. Ja, ja. Das ist ja das Geile daran. Du kannst eine Runde down sein und du kannst trotzdem noch das Rennen gewinnen, wenn du dich schlau anstellst. Aber wie ist denn das für dich jetzt, wenn du jetzt eine Stunde iRacing fährst? Nuval, Daytona. Ja. Und die ganze Zeit so lenkst, ne? Also ich muss ja so lenkst. Ich mach mir da auch ein bisschen Sorgen um meinen Körper, um ehrlich zu sein. Warum? Ja, weil du hast ja gar keinen Entlass. Also du bist ja, du hast ja immer nur eine Bewegung. Aber du lenkst doch nicht die ganze Zeit nur rum. Nein, das meine ich nicht. Aber du hast ja, keine Ahnung, wenn du jetzt einen normalen Rundkurs hast, dann hast du eine Rechtskurve und eine Linkskurve. Ja. Aber da geht ja alles nur links rum. Heißt, im Endeffekt ist ja, ich hab das, damals hab ich das komplett ignoriert mit Gesundheit, Rücken und so weiter, aber mittlerweile schraubt. Also mir geht's blendend. Ja? Ja. Ja. Du spielst auch Golf. Was hat das jetzt damit zu tun? Das ist gesund, du machst Sport, ich nicht. Ja, aber was stellst du dir denn da vor, was da passiert mit deinem Körper, dass du irgendwie auf der einen Seite aussiehst wie Arnold Schwarzenegger und auf der anderen Seite wie ein Lauch oder was? Jetzt ich keine Ahnung. Naja, du musst ja nicht mit 800 Newtonmeter vor's Feedback fahren. Das stimmt. Da hast du recht. Das wirst du dir sowieso ganz, ganz schnell abgewöhnen. So schnell kannst du gar nicht gucken und dann wird auch mal dein Gaspedal auf einmal ganz weich gestellt, weil du dann nach 80 Runden dir sagst, oh scheiße, mein Bein ist eigentlich schlafen. Ja, ich hab ne VOS-P da, also ich hab ne VOS-Gas da. dann ist das, da ist easy, ja. Aber bei meinem, also wenn ich LMP 2 Gas habe, damit kann ich keinen Daytoner fahren. Weil ich finde, also ich persönlich, ich fahre liebend gerne auf Position 2. Also ich schiebe gerne. Also es gibt ja immer... Ist das auch jemand, der lieber hinten ist als vorne? Ich auch. Ich bin lieber auf, also im Oval bin ich an der zweiten Stelle in der Reihe am liebsten. Ja. Auf dem Rundkurs bin ich zum Beispiel auch jemand, ich bin selten gerne Erster, auch wenn das nicht so vorkommt, aber ich bin selten, ich bin lieber Zweiter als Erster. Na, im Rundkurs ist mir das egal. Bei Oval, das ist meine liebste Tätigkeit. Also ich schiebe den ersten liebend gerne. Ach so. Ja, weil ich das halt, also ich würde von mir selber mal behaupten, ich kann das nicht so schlecht und ich hab das viel geübt. Ja. Und ich treib dadurch halt viel rein, auch immer nach vorne. mit. Ja. Und deswegen mach ich das halt sehr gerne. Dann fahr ich erst, bin ich Erster und du schiebst mich. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie du damit klarkommst. Ich bin gespannt, wie du damit klarkommst. Ey, ich werd's wahrscheinlich irgendwann ausprobieren. Irgendwann werd's ausprobieren. Ich hab nur, ich hab nur wirklich gesagt, ich hab nur wirklich die Befürchtung, dass ich, wie du schon gesagt hast, dass ich drauf hängen bleibe. Aber du kannst ja beides fahren. Ja. Guck mal, es gibt ja zum Beispiel, ich fahr zum Beispiel kein Rovel, also Nesca fährt ja auch auf normalen Rundstrecken, so Watkins Glen zum Beispiel. Ja. fahr ich zum Beispiel nicht. Die Woche kannst du ja weglassen. Hast du recht. Das wäre zum Beispiel jetzt als Alternativprogramm ganz gut, wenn zum Beispiel eine Roadwoche in iRacing, was ja auch schon mal durchaus der Fall ist. Kacke ist. Ja. Dass man dann halt alternativ irgendwo was anderes fährt. Das wird so eine halbe Halbwoche, glaub mir. Wenn du da drinnen bist, also wenn du da wirklich drinnen bist und da mal Blut geleckt hast, gehst du da nicht mehr raus. Weil du wirst, also wirklich kein Rennen dieser Welt, wirklich keins. Und es gibt so dieses, sagen wir jetzt mal, du fährst das erste Mal 24 Stunden Bathurst, da bist du vielleicht ein bisschen aufgeregt. Und dann hast du so ein bisschen so Muffen. In Nesca hast du das in jedem Rennen. Ja, glaube ich. Weil das ist ja wirklich alles non-stop-pap. Aber wenn das so ist, wenn ich wirklich jedes Mal so nervös bin wie beim Qualifying für die DNLS, dann bin ich da raus. Da hab ich keinen Bock drauf, das jede Woche zu haben. Das ist Adrenalin pur. Also wenn du, wenn du dann mal andere Strecken fährst, die jetzt nicht super Speedway sind, da geht der richtig die Post ab, 10, 15 Runden, da sind die wirklich auf Papp 3, 4, wide und gib ihm. Und dann wird, dann bammt dich hinten einer, weil der durch will. Und das ist ja, das Schöne an Nesca ist ja, das ist richtig dreckiges Fahren. Und das kann man auch so sagen, das ist wirklich richtig, richtig dreckig. Du kannst ja beispielsweise, wenn du an einem vorbei willst, sagen wir mal, der erste ist vor dir und du willst unbedingt vorbei und du kriegst aber nicht genug Schwung, also du hast keinen Run, um da durchzukommen. Dann gehst du mit deiner Nase hinten rechts ran und schiebst den leicht, dass dein Auto halt versetzt wird und dadurch wird er langsamer, damit du da, damit du beispielsweise durchgehen kannst. Das ist richtig dreckig. Das ist richtig dreckig und oll. Ich sehe mich schon mit den anderen Chaoten in der, ich, muss ich denn, ganz kurze Frage, ich muss aber der Toner, ich habe ja der Toner jetzt für Road gekauft, muss ich so eine für Ovalen nicht, dann habe ich ja eigentlich, Der sollte damit drin sein, ja, da ist ja die ganze Zeit. Super, perfekt. Da ist dir alles drin, aber du, kein Problem, Jonas, die restlichen Strecken kaufst dann auch noch, wenn er da drin ist. Ah, hör mal auf. Glaub mir. Das wird gut. Also der, der europäische, habe ich so das Gefühl, momentan boomt der europäische Nesca-Markt in Ireland. Wir haben ja in Chennai ist hier ab und zu, ähm, wie heißt das? European Nesca Series, glaube ich. In Chennai ist Noval. Ist hier bei mir 20 Minuten von hier. Ich wohne ja halt quasi platt, direkt an der, an der deutsch-holländischen Grenze. Ah, das ist nicht dasselbe. Ja, glaube ich. Das ist nicht dasselbe. Glaube ich. Naja, Ami, Ami Nesca ist einfach, das ist nicht dasselbe. Ami ist auch einfach Ami. Ich hatte dieses Jahr dieses Glück, zweimal in Amerika gewesen zu sein, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich finde Amerika absolut, absolut geil. Also, Amerika ist für mich absolut, zum Urlaub machen absolut, gibt für mich nichts Besseres. Muss man, also komplett egal vom Ort her, aber einfach die Menschen. kann man sich drüber streiten. Ja, also ich fand jetzt L.A. fand ich zum Beispiel jetzt nicht so prickelnd. Ja, habe ich auch nicht so viel Positives gehört. Ich meine, ich war jetzt in San Francisco und in New York da, also San Francisco zum Beispiel fand ich schon vom Vibe her dieses Kalifornische, wir hatten Sonne, blauen Himmel, das war schon das war schon irgendwie dieses, wie man das so im Film beschrieben bekommt, dieses Freiheitsgefühl, so, ja, keine Ahnung wie ich. Aber Urlaub ist immer noch was anderes als noch leben. Ja, das auf jeden Fall. Ne, leben wollen würde ich da wahrscheinlich nicht. Da wären mir die Kopfschmerzen glaube ich zu groß. Die Lebenshaltungskosten, die man da hat aktuell. Weiß ich gar nicht. Aber eine Zahnpasta bekommst du nicht unter 8,5 Dollar glaube ich. Also da bist du schon in dem, gerade du Duschbad und Zahnpasta und Zahnbürsten und alles was für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden. Ja, aber dann die XXXXXXL-Packung oder was? Nope. Ich habe auch geguckt. Was? Ich habe auch geguckt und gedacht, also drei für eins oder dass du drei Tuben bekommst und eine bezahlst oder so, aber ne, da ist also es ist wirklich extrem teuer. Aber okay, Kalifornien ist in Amerika auch der teuerste, der teuerste Staat weil die Leute da halt auch extrem gut verdienen. Ja, und dann gehst du los, Junge, gehst du Mackie Schmackie und kriegst du halt das Triple Whipple Super XXL-Menü für 5 Dollar, Alter. Nee, auch nicht. Hä? Da kommt bei Nesca, kommt ständig Werbung dafür. Ja, das ist wahrscheinlich, also ich war bei keinem McDonald's, aber ich war bei In-N-Out. In-N-Out ist ja quasi so die Fastfood-Kette in Amerika und da bist du pro Nase auch nicht. Also wenn du jetzt einen Burger, eine Pommes und ein Getränk nimmst, dann bist du da auch nicht unter 13, 14 Dollar. Ja, aber okay, aber die Portionen sind dann schon sehr üppig. Also der Burger ist jetzt nicht größer als ein Big Mac und die Pommes ist jetzt auch nicht größer als eine große Pommes bei McDonald's. Ja, dann hat sich das für mich, also bei mir, als ich damals da war, das war schon sehr sportlich. Ja, also ich war bei Raising Cane's zum Beispiel, so eine relativ neue Fastfood-Kette, also die war jetzt in New York, so ein bisschen hier KFC für für neu, also für junge Leute irgendwie. Ja, da waren nur junge Leute, warum auch immer, aber die Portion war schon ordentlich. Aber ist natürlich auch alles irgendwo billiges Essen, also du bezahlst da wirklich einen Haufen Geld für keine gute Qualität, ist einfach so. Ja, ja, also die Soße ist lecker, die Soße ist sehr gut. Die Soße ist sehr lecker, vor allen Dingen ist da überall Zucker dran, Alter, die wirklich an allem. Wahnsinn, ja. Ja, das ist halt so Backwaren und so, habe ich einmal nie wieder, ey, boah. Ja, Backwaren in Amerika sind krass, ja. Das ist ja gefühlt, frisst du einen Zuckerblock. Komplett. Ja. Aber das werde ich mir auch nochmal gönnen. Also das habe ich mir für, für 26 habe ich mir das vorgenommen, mal Daytona 500 mir reinzuziehen. Ja, ich war wirklich kurz davor, meine Freundin hat halt in Amerika jetzt neun Monate gelebt und ich hatte sie jetzt im Frühjahr besucht und wir hatten ursprünglich überlegt, dass wir uns quasi, also sie hat in San Francisco gelebt und wir haben ursprünglich überlegt, dann uns in Florida zu treffen, dann zwei Wochen da, ne, mit Miami und so weiter, dann aber auch Daytona 500 zu schauen, ja, und dann bist du im Ticketshop, also meine Freundin, die kann sich dafür begeistern, aber Motorsport ist jetzt nicht unbedingt ihre absolute Lieblingsbeschäftigung an der Rennstrecke mit mir rumzugondeln. Ja. Und dann setzt du dich so mit den Ticketpreisen auseinander und dann kommt noch die Bearbeitungsgebühr und dann kommen noch die Steuern dazu und da kommt dann ja, du hast dann ja 190 Dollar da stehen und am Ende sind da noch 400, weil überall noch irgendwelche Zusätze dazukommen. Und dann haben wir gedacht, okay, dieses Jahr vielleicht nicht, aber dann vielleicht waren anders. Ja. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal gönnen. Schön, Daytona 500 oder Taladega. Wir waren auch relativ spät dran, also da gab es auch nicht mehr die Superplätze. Und wenn ich, also ich habe gedacht, wenn, dann halt auch, dann muss es halt auch wirklich, dann muss man auch wirklich was sehen können, ja. Aber ich denke schon, dass du da genug siehst. Ja, alleine auch von der Stimmung her ist das, glaube ich, einfach, von diesem Vibe und Nesca-Vibe ist schon wild, Junge. Ja. Ja, aber ist bei mir auch auf jeden Fall groß auf der Agenda. Aber alles dann erstmal für nach dem Studium dementsprechend, ja. Studierst du jetzt gerade? Ja, neben der Arbeit, ja. Also ich mache das nebenberuflich. Achso. Was, was studierst du denn? Ich studiere Management und Digitalisierung. Okay. jeden Donnerstag und ich würde sagen, fast jeden Samstag, ja. Also Fernstudium quasi? Nee, nee, schon vor Ort. Ach, du fährst richtig in Uni? Ich fahre, ja, also ich müsste nicht, aber ich fahre dahin, ja. Vorbildlicher Student? Ich bin noch nicht mehr im ersten Semester, also am ersten, man sagt ja immer so, erstes Semester, so, ja, okay, jetzt sieht man euch einmal und danach nie wieder, aber nee, ich bin jetzt im dritten und tatsächlich gehe ich immer noch hin, ja. Wie viele Semester musst du? Sechs Pflichtsemester und das siebte ist halt die Bachelorarbeit. Ja. Ja, ist halt neben der Arbeit dann, deswegen ist halt auch fürs Fahren nicht super unfassbar viel Zeit, ne, weil einfach dann Samstag ist dann meistens halt den ganzen Tag, dementsprechend, ist da halt schon Endu, komme ich dann halt immer später, aber okay, dann haben wir wieder mehr Fahrer und dann funktioniert das schon, aber ja, muss man alles irgendwo unter einen bekommen. Schön. Ja. Jonas, der Schlaue. Nee, ach, überhaupt gar nicht, nee, nee, n-ah. Wie, überhaupt nicht? Ja, ich bin jetzt nicht super untalentiert, würde ich behaupten, aber ich bin jetzt auch nicht das, also ich muss da schon was für tun, im Abi habe ich nicht was dafür getan, habe es trotzdem geschafft, aber ich habe, also ich habe so einen gewissen, so einen gesunden Ehrgeiz, aber ich glaube, ich kann ganz gut einschätzen, wie viel ich dafür machen muss und wie viel ich halt eventuell nicht machen muss. So Priorisierung habe ich in der Ausbildung gelernt, ist immer ganz wichtig. Ah ja. Ja. Schön. Also mir fliegt das nicht zu, aber man kommt halt doch irgendwie durch. Willst du danach deinen Job wechseln oder was ist da in Planung? Das ist jetzt nicht geplant, also ich bin jetzt immer noch da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Also meine Ausbildung zum Industriekaufmann, das ist mittlerweile auch schon wieder dreieinhalb Jahre her, aber geplant ist auf jeden Fall, erst mal da zu bleiben, auf jeden Fall, ja. Und dann mal sehen, natürlich, mit einem abgeschlossenen Studium, dann ist ja auch viel Zeit, was da reingesteckt wird, hat man natürlich dann nach einer gewissen Zeit dann schon irgendwo den Anspruch, ja, dann irgendwo eine Stufe aufzusteigen, aber grundlegend fühle ich mich da sehr, sehr wohl. Dementsprechend ist da jetzt überhaupt nichts geplant, dass ich irgendwo mich umorientiere, auf gar keinen Fall. Das ist doch top. Ja. Das ist doch schön zu hören. Da bin ich ja mal gespannt, was auf der Reise passiert. Ja. Du selber auch nach deinem Gesichtsausdruck zu urteilen. Ja, ich meine, ich habe jetzt meine erste Hausarbeit geschrieben und wenn ich dann jetzt in den Studienplan gucke, dass ich jetzt jedes Semester in der Hausarbeit schreibe, da sehe ich mich ehrlich gesagt noch nicht, aber irgendwie muss man es halt jetzt durchziehen. Man hat es jetzt angefangen und ich bin halt jemand, ich breche keine Sachen ab. Also wenn ich es mache, dann mache ich es. Ich habe mich da jetzt wirklich lange zu durchgerungen, es dann jetzt doch zu machen mit dem Studium, aber ja, ich bin dann jemand, der zieht dann halt durch. Also, selbst wenn es mir keinen Spaß macht, ich sehe jetzt nicht ein, anderthalb Jahre für umsonst studiert zu haben. So ist irgendwie nicht mein Denken. Keine Ahnung. Zum Glück ist das bei mir schon sehr, sehr, sehr lange her. Ja. Sehr lange. Das sieht man dir nicht an. Wie? Ja. Dass du studiert hast, oder was? Nein. Nein, 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 nein. Du siehst so richtig dumm aus. Nein, nein, dass es bei dir lange her ist. Ach so, das ist schon ewig her. Zwölf Jahre jetzt. Ja, bis du jetzt, wenn ich fragen darf. 40. 40. Ja. Ich hätte jetzt 37, 38 gesagt. Na toll, Alter. Was ist das für ein Quatsch? Die kannst du nicht auch sparen, die der sind zwei Jahre. Ja, mir ist da jetzt gar nichts. Ey, mir ist das sowas von egal. Ey, ich fühle mich wie 20. Keine Sorge. Das ist das Wichtigste. Ja. Das Studieren ist schon echt lange her. Ich bin froh, dass ich den Scheiß nicht mehr machen muss. Und ich habe noch nie, weil es nur mit meinem Studium angefangen ist. Ja, das ist meistens das Hauptproblem. Wobei, also grundlegend ist der Studiengang schon ganz interessant. Ja. Ich habe halt im Job, also mir geht es da halt, glaube ich, also als ich mir den Studiengang ausgesucht habe, ich wollte halt nicht so einer von 180 Millionen in Deutschland sein, der BWL studiert hat. Weil BWL war eigentlich in meiner Studienzeit, war das einfach der Kracher, Jonas. Ja. Das war die hübscheste Vorlesung auf dem ganzen Campus. Ja, das mag ja auch heute noch so sein, aber du bist halt nicht allein im Hörsaal, sondern da sitzen halt 598 Menschen mit dir und haben im Endeffekt denselben Wisch in der Hand am Ende des Studiums wie du. Und dann habe ich geguckt und ja, Management und Digitalisierung klang ganz interessant. Ja. jetzt aktuell ist halt dieser Digitalisierungsgedanke sehr stark im Studium wiederzufinden mit Grundlagen der Softwareentwicklung und Programmieren in Java. und nee, da bin ich halt, ich habe das Studium halt wegen diesem Management Wort genommen und nicht wegen der Digitalisierung. Und da bin ich aktuell so ein bisschen, ja, also ist nicht meins, sagen wir mal so. Ich hatte, ich habe in meinem Studium, ähm, ich hatte Geometrie. Äh, ich komme nicht mehr auf den Fachbegriff. Weil, also das war einfach die krasseste Scheiße, die ich jemals gemacht habe. Also da hast du Zeichnungen hingeklatscht in der Prüfung. Da waren dann, also es geht ja, die Erde, wenn du dir eine Karte anguckst, ist die Erde, sie ist ja flach dargestellt, aber sie ist ja im realen Leben gar nicht, ist sie ja nicht flach. Die Erde ist ja rund, so. Ja, ist das so. Ja. Und du hast ja, du hast ja, die Scheiße fallen am Ende, fallen am Ende so runter. Ja, die fallen hinten runter, ja. Und dann mussten wir diese, diese ganzen runden Körper auf flache Ebenen bringen. Alter, also was Leute früher gemacht haben, ohne Rechner, alter Verwalter. Ja, ich habe meine, meine Studienordner leider alle, alle weggeknallt. Da waren Zeichnungen drin, da hast du wirklich einen ganzen Buntstiftkasten gebraucht, um das einfach darzustellen. Das war so krass, aber das hat mir echt viel Spaß gemacht. Da war ich echt eine Leuchte, ja, da war ich eine richtige Leuchte drin. Krass. Und dann hat mich das, mich hat das im Studium, hat mich das irgendwann so angepisst, dass ich das selber machen musste, dass ich mir ein Programm programmiert habe, was das alles für mich gemacht hat. Ja, würde ich auch gerne können, aber da bin ich leider noch Lichtjahre von weg. Also ich bin, da muss man auch Bock drauf haben. Ja, keine Ahnung, wir hatten im ersten Semester, hatten wir Mathe und... Oh, ich habe das vier Semester gehabt, Jonas, vier. Und ich, Alter, wir waren, aber nix hier mit Taschenrechner und so einen Scheiß. Nee, nee. Rechenweg hat, also es gab wirklich für den, in der Prüfung gab es für den Rechenweg, gab es keine Punkte, nur Ergebnis. Und dann war aber auch LN und E, äh, LN und E-Funktion und so eine Scheiße. Im Kopf. Logarithmus, ja. Alter, ich habe den verflucht. Ich so, Alter, ich studiere kein Mathe, du Pfeife. Was willst du von mir? Ja, ja. Ja, aber bei mir war halt so dieser, dieser, dieses Hallo-Wache, dieser Hallo-Wache-Moment. Du sitzt dann da in der Vorlesung und dann sagt er dir irgendwas. Ich war erst in Wesel, also Wesel ist halt eine halbe Stunde von mir und ich studiere aber eigentlich in Essen und nach Essen fahre ich eine Stunde. Ja. Dann habe ich mir gedacht, okay, das Modul ist genau gleich, kannst du genauso gut in Wesel machen und dann ging das da los und ich habe mich umgeguckt und habe mir gedacht, wo sitzt du hier gerade? Machst du ein Mathe-Studio? Also ein reines Mathe-Studium oder ein Mathe-Lehramt-Studium? Ja. Ich habe einfach original nichts verstanden. Ich würde behaupten, ich bin in Mathe nicht komplett untalentiert, aber jetzt in Mathe auch, also ich war noch nie derjenige, der super gerne zur Schule gegangen ist, weil ihm das unfassbar leicht gefallen ist. Und dann habe ich gedacht, ich muss ja ganz dringend los. Die 4.0, die sehe ich nicht mal im Ansatz. und bin dann eine Woche später nach Essen gefahren zu meinem eigentlichen Prof, weil ich habe halt die Hoffnung gehabt, okay, in der dunklen Jahreszeit spare ich mir eine halbe Stunde Fahrtweg, spare ich mir Kilometer, spare ich mir Geld. Ja, und dann war der Prof aber doch erheblich besser und hat uns halt wirklich von Anfang an mitgenommen, weil ich hatte zum letzten Mal Berührungspunkte vor sieben Jahren mit Mathe. das war meine Abschluss, also hier mal eine Abiturprüfung in Mathe. Danach habe ich nie wieder ein Mathebuch oder irgendwas angerührt. Und ja, im Endeffekt bin ich da dann doch ganz gut durchgekommen, aber die erste Vorlesung, ich bin nach Hause gefahren, genau. Kannst eigentlich direkt jetzt schon dich ex-matrikulieren lassen, also das ist das Spaß. Ja. Ja, das habe ich mir im vierten Semester habe ich mir das gedacht, als er Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet hat im Kopf ohne Taschenrechner. Ja, da wäre ich. Da hat es auch gekracht bei mir, dachte ich mir auch so, alles klar, schön, dass wir als Menschen uns Helferchen entwickelt haben und du, Pfeifen August, willst sie nicht haben. Ja. Und dann war das noch derselbe Professor in Physik, Alter, und der hat Physikprogramme runtergespult, Junge. Puh. Ich war richtig schlecht in Physik, aber ich war immer gut in Mathe. Ja. Ich habe in Physik überhaupt keinen Stich gesehen bei dem Blut. Krass. Aber wie unterschiedlich das manchmal ist, weil eigentlich sagt man ja, okay, wenn ihr in Mathe leicht fällt, dann fällt ihr eigentlich auch Bio und Chemie und Physik solltet ihr eigentlich auch leicht fallen, vom Grunddenken halt einfach. Diese Sparte Naturwissenschaften hat zwar, Bio hat zwar nichts mit Mathe zu tun, aber so vom Verständnis her sagt man ja, okay, das ist ja nicht ohne Grund alles in der Naturwissenschaft einkategoriert und einkategorisiert bei mir im Abi damals war, wer gut Bio konnte, konnte auch Mathe und andersrum. Also ich hatte in Mathe 14 Punkte im Abi. Träger. In Physik 4. Ja. Das war halt, ich hab da... Macht 9 im Schnitt, ist doch eine 3+, ist doch alles fein. Habe ich überhaupt gar nicht gereiht, was er von mir wollte in Physik. Wirklich nicht. Also diese ganzen Sachaufgaben, die da immer kamen und nee, hab ich nie gereiht. Warum auch immer. Das war dann ab und zu einfach. Also ich hatte das zum Beispiel bei uns in Bio hatte ich das. Habe ich null interessiert. 0,0. 10, also 11., 12. Klasse. Herr Dickmann war mein Lehrer, weiß ich noch ganz genau. Und holy moly, ich hab mich echt gut angestellt im Schleim, weil ich saß immer in der ersten Reihe und bei dem hat nie irgendwer zugehört. Also wirklich keiner. Und ich hab aber zumindest immer guten Morgen und tschüss gesagt. Und das hat auf jeden Fall für eine 2- gereicht. Eine konstante 2- in allen 4,5 Jahren, obwohl er einen Überraschungstest geschrieben hat mit uns und bei mir einfach nix auf dem Blatt stand, weil ich einfach nix wusste. Ich hatte einfach eine glatte 6 und hab aber trotzdem dieselbe Note bekommen, weil ich einfach, keine Ahnung, war einfach nett. Das hatte ich in der Realschule immer in der Realschule hab ich immer geschlafen. Also in der Realschule und das soll jetzt nicht böse klingen, ich war immer unterfordert in der Realschule. Also ich hab Realschulabschluss mit Auszeichnung gemacht. Ich hab nur geschlafen in der Realschule. Also mich hat, mich hat Mathe zum Beispiel, das weiß ich noch, das war der Ehemann von der Rektorin und der war irgendwann so pissig und hat mir dann so einen extra Test hingeschmissen und dann war der so angepisst davon, dass das eine Eins geworden ist, dass ich dann zur Rektorin musste deswegen und dann hab ich zu ihm gesagt, es tut mir wirklich, ich glaub Herr Barke oder so war er sein, na Herr Barke, ja. Es tut mir wahnsinnig leid, aber es unterfordert mich einfach. Ja. Also das hat nichts mit ihm zu tun, aber ich brauch das alles nicht machen hier so, weil das ist, also ich guck mir das an und dann weiß ich das halt so. Boah, da war der so pissig, da musste ich nachher zur Rektorin, ja. Das weiß ich noch. Ja, geschlafen hab ich, geschlafen hab ich auch einmal in der Schule, aber nicht weil mir langweilig war, sondern weil ich einfach müde war. Jetzt hab ich, sonst hab ich das nie gemacht, aber in Realschule, also nachher beim Abitur, ich bin auch einmal durchs Abitur durchgefallen, wegen Faulheit, bin ich ganz ehrlich, also das hat auch einfach nur was mit Faulheit zu tun. Ne, da hab ich das auch nicht gemacht. Und in der Uni war ich, ab dem vierten Semester war ich einfach auch nicht mehr in der Uni. Das ist einfach, ich komm mit dieser ganzen Kacke, komm ich mit diesem, also was heißt Kacke, Kacke kann man nicht sagen, ich komm mit diesem ganzen System einfach auch gar nicht zurecht, so dieses autoritäre, du musst da, weißt du, so am Tisch sitzen und am Ende steht vorne jemand, der liest sowieso nur aus dem Skript vor, was du nachher kriegst, so weißt du, da kannst du ja auch die ganzen Sachen selber markieren und dann bist du fertig, dann brauchst du da nicht hingehen. Ich war die ganze Zeit nur buffen. Fühl ich schon, allerdings bin ich dafür zu pflichtbewusst und aber auch zu faul, das Ganze nachzuarbeiten und dementsprechend muss ich da hin, weil dann, sonst hab ich einfach viel mehr Arbeit am Ende weg. Ich hab einen Monat Prüfungszeit, hab ich mir die Sachen genommen, alle anderen waren, war ich nur unterwegs. Ich hab da nie irgendwas gemacht. Ja, ich bin mal gespannt, wie ich es nächstes Jahr mache, weil da hab ich zum Beispiel so ein paar Termine auf dem Plan, die möchte ich und kann ich auch nicht verschieben. Ja. Mit Gambal und seinem Dad fahren wir ja zusammen nach Le Mans. Haben wir jetzt. Sein Dad? Also. Sein Vater. Dirk, mit Dirk Gambal? Ja, ich hab sein Date verstanden. Nein, Date. Weil ich wollte grad sagen, Alter, wenn du nach Le Mans fährst zum Date, dann Prost mal, sag mal, Junge, richtig, Gönner. Ja, mal. Kleine Flirtebaus, Junge. Nee, nee, ich glaub da, nee, nee, es war schon der Date gemeint. Was macht ihr denn in der Menge? Ja, von, also plan jetzt, aktuell ist irgendwie so von Dienstag bis Sonntag 14 Stunden Le Mans auf dem Campingplatz. Ist 24 Stunden Le Mans? Nächstes Jahr. Ach, nächstes Jahr. Ja, ich sag ich ja gerade. Ich hab demnächst verstanden, ich versuche, ne? Nee, wäre schön. Nee, nee, wäre schön. Nee, nee, das ist bei mir, also ich wollte schon immer nach Le Mans. Warst du mal nie da? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich bin... Nee, 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 warte, so einer bin ich nicht. Nee, nee, aber ich... Nee, 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 ich will dich jetzt nicht dissen, sondern das war so ein Gesicht der Freude, weil ich bin, ich bin sehr gespannt, wie du danach die Nordschleife siehst und die Veranstaltung, also ich meine nicht die Strecke, ne, ich meine nicht die, die Nordschleifensstrecke, sondern die Veranstaltung in Nordschleife, wie du die danach siehst. Ich weiß jetzt schon, wie ich sie sehen werde. Ich war ja in Spa zur WEC letztes Jahr und war jetzt bei, weiß ich nicht, ich glaube, vier oder fünf 24ern im Spa und 24 Stunden Nürburgring jetzt auch vier oder fünf Mal und WEC, da merkst du halt schon, fehlt halt nicht mehr viel zur Formel 1, das ist halt irgendwo, wenn du das jetzt in der Fußball, in der Fußballklasse irgendwo vergleichen möchtest, dann würde ich sagen, ist, wie soll man das erklären? Ich kann mir gut vorstellen, dass man das 24 Stunden Nürburgring am Ende als Veranstaltung wie so ein Schützenfest sieht und Le Mans halt irgendwie die Hochzeit ist. Kann ich mir vorstellen. Weiß ich aber nicht. Aber heißt dann nicht, das ist richtig krass, Alter. Ich freue mich mega, weil, ja, nächstes Jahr ist halt so das Hypercar-Feld mit dem Aston. Ich freue mich riesig auf den Aston. Ich bin riesiger Niki-Team-Fan. Also, Niki-Team durch und durch komplett. Und ich hoffe, dass der nächstes Jahr dann ja auch Hypercar fährt in dem Vakery. Er weiß es selbst noch nicht. Ich hatte letztens mit ihm bei der DTM gesprochen. Er weiß es selber tatsächlich noch nicht. Aber ich hoffe da sehr drauf und, ja, dass er so im Hintergrund so ein paar Niki-Team Hypercars dann auch in die Vitrine wandeln. Ja. Ey, dann wünsche ich euch sehr viel Spaß bei Le Mans. Ja, wird anstrengend, weil die ganze, die Woche danach ist Spa. Ne, Quatsch, die Woche danach ist Nürburgring und danach ist Spa. Und die nimmst du alle mit? Ja. Der Plan ist es schon. Ich hoffe, dass da keine Klausuren dann, aber müsste eigentlich nicht. Also, es ist ja nächstes Jahr wirklich, es ist ja nächstes Jahr wirklich, du hast Le Mans, eine Woche später Nürburgring, eine Woche später Spa. Also, es ist ja wirklich komplett Vollkatastrophe für den Kalender. Ich habe mir jetzt, also, ich bin zum Beispiel jemand, ich schreibe mir dann alle Termine in meinen Apple-Kalender, damit ich halt überall immer Notification bekomme, okay, das und das ist jetzt und dann gucke ich halt in den Zeitplan und sehe halt, okay, jetzt Petit Le Mans Qualifying Freitag um 21.25 Uhr. Ja. Und dann siehst du aber auch immer ganz gut, jetzt auch, Gott sei Dank, mal endlich einen vernünftigen Apple-Kalender, den es jetzt gibt, siehst du dann ja auch in den einzelnen Tagen, was sich überschneidet an Events. Ja. Und da, da bin ich letzte Woche fast ausgerastet, als ich das gemacht habe und dann siehst du, dass Watkins gelernt im Saar zeitgleich mit dem 24 Stunden Nürburgring stattfindet. Und jeder, der sich so ein bisschen auskennt, weiß, wie viele Fahrer, Stammfahrer in der Im Saar sind, die aber potenziell Einsatzfahrer für Nordschleife sind. Dann heißt, das heißt, dann fällt dann auf einmal ein Philipp Eng oder ein Jesse Krohn oder ein Mathieu Jaminet, die alle Im Saar fahren, die fahren dann nachher in der Nordschleife. Dann kann man sich ausrechnen, wie das Fahrerfeld in der SP9 beim 24er Nordschleife nächstes Jahr aussieht. Da bin ich letztes Jahr, letzte Woche bin ich da amok gelaufen, weil ich da so sauer drüber war. Aber es geht wahrscheinlich einfach nicht anders. Du wirst immer Überschneidungen haben, aber solche Überschneidungen sind halt schon sehr, sehr unglücklich. Du, solange kann der 24er zugleich zeitgleich stattfinden, ist alles gut. Ja, dann wäre komplett over. Also, das können die sich nicht erlauben. Aber ich finde, die eine Woche Pause ist halt schon, die ist schon wild. Also, ich glaube, die Fahrer sind da auch nicht wahnsinnig happy drüber. Weil du, du hast ja nicht die Rennen dann Samstag auf Sonntag, sondern Nordsch, also Nürburgring geht ja ab Mittwoch los. Dafür verdienen sie aber auch Geld. Und das nicht unbedingt wenig. Also, zumindest haben wir mal die, die alle Rennen fahren. Das ist richtig. Das sind ja keine Gentleman Driver. Grüße gehen da raus an Kevin Estre. Der hat, glaube ich, ein ganz gutes Leben. Oh, ich glaube, dem geht es nicht schlecht, ja. Ja. Aber der wird, ich gehe mal davon aus, der wird LMDH fahren in, der fährt alles dann nächstes Jahr. Ja, der fährt nächstes Jahr, warte mal, der fährt LMDH, Le Menger, den, den Grello, und dann nochmal den Grello. Wenn der Grello fährt, oder der wird halt jetzt wie dieses Jahr auf so einem absoluten Gurkenteam wie Hub Auto 24 Stunden Spa fahren. Das ist auch cool. Ich weiß nicht, kennst du den Podcast von Dries und Laurens Fanto over the Limit auf Spotify? Muss man sich wirklich mal geben, weil die machen dann zum Beispiel, das ist immer ganz cool, weil Dries ist ja BMW-Werksfahrer, Laurens ist ja Porsche-Werksfahrer, und die fahren ja in allen möglichen Rennen, dann gerade jetzt auch in den großen Rennen, fahren die ja dann gegeneinander. Ja. Und da ist dann ja auch so eine Thematik wie BOP immer sehr sensibel. Und die nehmen den Podcast doch immer sehr, sehr früh nach den einzelnen Rennenwochenenden auf. Also wenn zum Beispiel sonntags WC Sao Paulo war, dann hast du meistens am Donnerstag, den darauffolgenden Donnerstag, schon dann quasi das ja Rennen, den Rennpodcast von den beiden. Und das ist ganz interessant, wenn die sich dann gegenseitig irgendwie die Schuld zuweisen, so nach dem Motto, ja hier habt ihr schön hier gesendbackt und hier und da lief das bei uns nicht. Warum lief es bei euch auf einmal? Dann hatten die zum Beispiel über das 24-Stunden-Spa dieses Jahr hatten die einen Podcast. Und da hatte dann Laurens auch gesagt, das Auto hat sich gefahren wie ein Sack Schrauben. Also wirklich absolut irgendwas im Chassis war absolut nicht richtig. Und die sind die ganze Woche komplett hinterher gefahren und sind bis Samstag nicht draufgekommen, was im Endeffekt am Auto falsch war. Und ich finde, solche Einblicke, die bekommt man ja sonst nicht. Klar gibt es irgendwelche von Motorsport total irgendwelche Rennberichte, die du dir dann am Montag durchlesen kannst. Aber solche Detailinformationen, die kriegt man ja gar nicht raus. Also die musst du ja schon direkt vom Fahrer oder von einem der Teams bekommen. Ja, da muss man wen kennen, der wen kennt. Ja, genau. Und Hub Auto, glaube ich, wird jetzt so schnell kein Einsatzteam mehr werden von Werksfahrern von Porsche, wenn man das so richtig vernommen hat, wie das dann so ablief. Also das war auf jeden Fall keine gute Werbung fürs Team und für die Marke. Naja. Aber die werden nächstes Jahr auf jeden Fall gut zu tun haben, da in den zwei Wochen. Ja. Ja, und dann bin ich ja auch, Jan hatte das ja auch schon so angekündigt, ich bin ja auch so ein Modell-Auto-Jäger und da gibt es dann in Le Mans immer ein Spezial-Kevin-Estre-Helm und da bin ich dann auch immer sehr scharf drauf. Wenn du Glück hast und den noch kriegst. Ja, genau. Letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre hatte ich Glück, dass ich jemanden kannte, der schon am Dienstag da war und dementsprechend einer der Ersten war, der dann da an dem Shop stand, weil er auch das selber Hobby verfolgt, aber ja, das wird auf jeden Fall irgendwo, zumindest am Dienstag, die Priorität Nummer eins sein. Das ist für mich, das ist für mich absolut ungreifbar, ne? Ungreifbar? Ja, das ist für mich gar nicht greifbar, dieses Hobby. Kann ich komplett nachvollziehen. Komplett. Also nicht, dass ich das verurteile oder so, ne? Also absolut gar nicht. Aber das ist für mich so überhaupt nicht greifbar. Also ich bin zum Beispiel vor zwei Jahren gab es auch einen Helm anlässlich des 24-Stunden-Rennens von Estre und ich bin dann mit Gambal eigentlich hatte ich das gar nicht geplant. Am Donnerstag haben die ja dann Training und Nachttraining und dann bin ich halt wirklich früher von der Arbeit mit Gambal dann zusammen am Donnerstag nach Spa gefahren, um dann da die Helme zu kaufen. Weil man nicht weiß, gibt es die nur an der Strecke, kommen die irgendwann in den offiziellen Verkauf und so Estre-Helme, wenn die Limit beziehungsweise wenn es die nur begrenzt gibt und vor allen Dingen wenn es die nur an der Strecke gibt, dann sind die Preise immer sehr schnell sehr, sehr hoch und dann sind wir wirklich, ich sage es ganz offen und ehrlich, war einer der Hauptgründe dann da am Donnerstag noch hinzufahren, weil ich fahre auch zwei Stunden bis dorthin. Nur halt im Endeffekt, und das klingt so doof für so einen dämlichen Plastik-Helm, aber... Naja, was heißt dämlich? Für dich hat er ja einen Wert. Also jeder bestimmt ja seinen Wert anders. Ja, 100%. Also ich hatte jetzt auch die Möglichkeit so einen Special-Helmski zu kriegen von Tim mit Unterschrift und so und dann stand er da, will mir das Ding in der Hand drücken und ich so, was soll ich denn damit? Ich hätte es genommen. Was soll ich mit dem Helm so? Also es ist genau, ich habe auch, sein Auto habe ich ja auch. Ich hoffe, in einer staubdichten Vitrine. Hä, natürlich. Das Ding ist original verpackt, das ist noch nicht mal ausgepackt. Super. Weil viele stellen sich das einfach offen hin. Nee. Ich habe auch eine Vitrine hier mit Unterschrift drauf. Okay, sehr gut. Ja. Aber also auch da, Tim, ich habe dich echt lieb und so, aber... Also ich stelle mir den irgendwann mal hier hin so, ne? Ja. Aber das hat für mich den, das hat für mich keinen Wert, so. Ja. Weißt du, den Menschen... Ich habe mit Jan drüber gesprochen, ne? Ich kann es absolut nachvollziehen. Aber es ist bei mir genau anders und ich habe mittlerweile es geschafft, dass tatsächlich Jungs oder Kollegen aus meinem Bekanntenkreis da jetzt mittlerweile auch nicht so reingehen, wie ich in dieses Hobby, weil es halt auch schon sehr kostspielig ist, aber einfach sich hier und da mal dann doch ein Modell von mir vorbestellen lassen, ja. Ich habe lieber so Momente dann mit den Menschen so im Realen, weißt du? Ich habe das auch an der Rennstrecke. Ich muss auch keinen Rennfahrer Autogramme haben oder so. Autogramme ist bei mir auch nicht so wichtig. Ich mache ganz gerne Bilder mit den Fahrern, gebe ich schon auch offen und ehrlich zu, einfach weil hinter mir ist halt so eine Vitrine, die ist magnetisch. Und die lasse ich dann ausdrucken, die Bilder, und klatsche mir die dann hinter die Autos. Und dann hat das für mich dann nochmal... Mehrwert, ja. Ja, genau. Ja, das ist okay. Ich würde... Dann mache ich lieber so mit der Boxen-Crew. Oder, also... Das feiere ich mehr. Ja, du hast ja auch so Fotografie als Hobby. Ist bei mir ja mittlerweile auch doch relativ aktiv, objektiv, würde ich behaupten. Ja, den einen oder anderen Banger habe ich schon mal geschossen, ja. Ja. War an der Rennstrecke, ja. Nur ein objektiv? Ja, ne? Ja. Ich habe nur eins, ja. Aber das ist auch okay für mich, das reicht. Ja, ich habe den jetzt dieses Jahr auf Vollformat umgestiegen und bin natürlich jetzt am gucken für die großen... nächstes Jahr für die großen Rennen hätte ich schon ganz gerne mal einen Tele-Zoom. Habe mir dieses Jahr welche ausgeliehen, war auch ganz in Ordnung, aber ich hätte schon ganz gerne ein eigenes. Naja, ich sage mal so, wenn ich an der Rennstrecke bin, dann bin ich ja meistens irgendwo, ich sage mal, dank meines Contents eingeladen. Das heißt, ich bin nicht so weit weg von allem, was okay ist. Ja, aber du bekommst halt... Aber Akkreditierung hast du meines nicht dann, oder? An der Rennstrecke? Ja. Na, bis zur weißen Linie in der Box. Ja, ja, aber ich meine jetzt an der Strecke, dass du quasi hinter den Zaun zwischen Leitplanke und Zaun dich stellen kannst, wie ja zum Beispiel an der Nordschleife. Nee, noch nicht. Ja. Aber eventuell passiert es ja dieses Jahr nochmal. Bitte? Vielleicht passiert es ja dieses Jahr ausnahmsweise nochmal. Ja, aber ich hatte nämlich zum Beispiel das Glück jetzt über Kakrema quasi, weil ich für die dann Fotokonten im Rahmen des 24er gemacht habe. Also ich dann jetzt das 24er, was ja im Endeffekt ein 7,5-Stunden-Rennen leider war, dass ich dann... Jansky hatte einen anderen Auftrag, in Anführungsstrichen. Der hatte ja für Paddock Legends Content gemacht und ich hatte dann aber Fotos für Kakrema gemacht. Und habe natürlich dann für mich privat, also ich meine, Kakrema setzt dann drei Autos ein. Acht Minuten zwanzig dauert so eine Runde. Dementsprechend hast du ja dann doch schon sehr, sehr viel Luft. Hast ja dann ein GPS-Auge, dann siehst du ja ganz genau, wo die Autos sind. Dann kann man das ja abschätzen, wann kommt dein Auto, was du dann fotografieren solltest oder müsstest. Aber dann hat man natürlich auch noch genug Freiraum, dann halt für seine Lieblinge in der SP9 zum Beispiel dann Fotos zu machen. Das würde übrigens mein Job, wenn ich nicht mehr Content Creator bin. Ja. Jamie Price, absoluter Traumjob. Mega Typ auf YouTube, finde ich. Zudem hast du dir auch mal ein Video angeguckt. Der hatte Fotoshooting für Lamborghini in Cota gemacht. Ja, der hat absolut alle Neune, alle Sechser im Lotto. Sechser, sagt man, alle Sechser im Lotto. Den willst du aber auch, glaube ich, nicht tauschen. Den Stress will ich nicht haben, nee. Also ich denke, den Job möchte möchten die wenigsten Menschen machen. Ja, der zieht halt wirklich 24er durch. Also der 24 Stunden, 24 Stunden zieht der durch. Der legt sich nicht einmal hin, der ist die ganze Zeit unterwegs. Außer dann halt mal irgendwo im Pressezentrum, um dann schon mal zu bearbeiten und hochzuladen. Aber der ist wirklich... Aber deswegen ist der auch so viel gebucht, denke ich. Der ist halt, der ist halt einfach mega fleißig. unfassbar. Also ich kenne keinen anderen, der auch so coolen Insta-Content macht. Also der nimmt dich halt gut mit, fände ich. Ich finde, die Idee mit der GoPro sich umschneiden und dann quasi auch zu sagen, okay, jetzt hier die Belichtungszeit und die Verschlusszeit beziehungsweise nicht Belichtungszeit, Verschlusszeit und Blende. Und okay, Blende ist ja meistens sowieso Offenblende, aber trotzdem, der nimmt dich halt mit und du kannst da was von lernen. Wie shootet man durch den Zaun, gerade jetzt so für Zuschauerbereiche, wo halt keine Fotofenster sind, da nimmt der einen schon ganz gut mit und ich finde, der macht das echt sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr gut und die Arbeit ist halt auch wirklich insane. Ja, der macht schon wirklich gutes Material, ja. Ja. Das stimmt schon, ja. Aber bei dem merkt man auch, für den ist es gar nichts mehr Besonderes, ne? Nee, ist für mich aber auch nicht mehr so. Der läuft da aber rum in Le Mans und denkt sich so, okay, nächste Woche Formel 1 Monaco, ja, okay. Jetzt bin ich halt in Le Mans. Ist für mich auch nicht mehr so. Ich hatte, also ich war ja letztes Jahr dank Formel Alena in Le Mans zum 100. Ja. Danach ist einfach alles Kindergeburtstag. Glaube ich. Also es ist einfach, so leid mir das wirklich tut und auch wenn Leute da draußen das irgendwie immer nicht verstehen können, dass danach ist alles Kindergeburtstag. Warst du denn schon mal beim 24er-Nordschleife? Noch nicht, oder? Nee. Habe ich aber auch ehrlich gesagt gar kein Bedürfnis danach. Weil seitdem, pass auf, also ich werde dafür sehr oft, werde ich von den, von der Menschheit da draußen kritisiert dafür, ich habe zu dieser Strecke keine Bindung. Also ich bin sie jetzt gefahren, ich verstehe die Faszination, aber ich habe noch nie ein Rennen gesehen, was 24 Stunden durchging. Seitdem ich Simracing betreibe und im Racing drinne bin, ist dieses Rennen noch niemals 24 Stunden hat da stattgefunden. Doch. Letztes Jahr. Und vorletztes Jahr. Seitdem ich es gucke. Ich habe die Jahre nicht geguckt. Ich gucke sie nicht, weil jedes Mal, wenn ich es gucke, ist es Red Flag. Deswegen gucke ich sie nicht mehr. Also hast du dieses Jahr geguckt und die letzten zwei Jahre nicht. Korrekt. Dann guck sie bitte nie wieder. Und das Jahr davor habe ich es auch geguckt, auch Red Flag. Und zwei Jahre habe ich jetzt gesagt, keine Ahnung, es ist halt vielleicht, natürlich ist das Arbeitglaube so, aber jedes Mal, wenn ich es nicht gucke, läuft es durch. Ja, dann bitte nicht gucken. Und ich habe einfach, ich habe keine Bindung zu diesem, zu dem Ding. Wobei, ich sage dir ganz ehrlich, also wenn man mal da gewesen ist und wirklich Nacht, Samstag, Samstag Nacht durch den Hatzenbach läuft und oder durch das Brünnchen oder durch den Pflanzgarten. Ich habe keine Ahnung, wirklich wie die Kurven heißen. Ich weiß nicht. Also Anfang, relativ Anfang der Nordstadt war es so ein bisschen geschlängert. Bevor zum ersten Mal zum Flugplatz wurde, das Auto vielleicht. Genau. Und wenn du da dann aber siehst, was die Leute da aufbauen, also die haben, die lassen sich wirklich die wildesten Dinge einfallen. Du hast eine Fußgängerampel da stehen. Ich weiß nicht, wo die die Dinger herkriegen. Du hast eine Ampel und da steht dann einer und der bewacht dann, ob du bei Rot oder bei Grün gehst. Der hat zwar mit dem Rennen nichts zu tun, aber es ist einfach dieses Fan-Schützen-Fest. Deswegen sage ich Schützenfest. Triffst du, glaube ich, ganz gut. Diese Mischung aus ich sauf mir ein Bier, rauch daneben eine Kippe und gucke mir Autos an, die im Kreis fahren und aber den Leuten wie mich zum Beispiel, Gambal, Jan Biermann, Maurice Frank, die alle sehr into sind. Also wir kennen alle Fahrerpaarungen auswendig. Wir kennen jede Startnummer. Wir haben unsere Favoriten. Wir wissen genau, okay, okay, an der Strecke ist immer so schwierig, immer alles im Blick zu erhalten. Aber im Endeffekt haben wir schon diesen Blick fürs Rennen. Den haben viele da nicht. Die sind da einfach nur zum Party machen. Das ist einfach ein Anlass wie Karneval, um Alkohol zu konsumieren. Aber das macht irgendwie diese Mischung aus Motorsportbegeisterung und Party macht irgendwie diesen Reiz aus. Weil in Le Mans, da verirrt sich keiner, der mit Motorsport nichts zu tun hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich war noch nie da. Ich möchte nicht beurteilen, weil ich noch nie da war. okay, du guckst jetzt schon so. Waren da Leute, die mit Motorsport ein sich nichts zu tun haben? Alter, das ist einfach, also wirklich, da sind 260.000 Menschen. Aber die meisten haben eine Motorsportkappe auf. Nein. Nein? Nein, Mann, da laufen Familien durch. Die machen sich da einen Nachmittag zusammen und rennen durch die Messe durch. Also es gibt ja an der Strecke noch eine Riesenmesse. Ich bin so gespannt auf Naces. Ey, da guckt, da sind so viele Leute, die das Rennen gar nicht gucken. Ich mache die Formen. Das wirklich ohne Scheiß, das kannst du dir nicht vorstellen, was da neben der Strecke stattfindet. Ja. Die Autos sind scheißegal. Das ist wie an der Nordschleife, nur halt noch mehr Menschen. Ja, wir sind relativ zentral. Also wir haben uns einen Campingplatz gebucht, der ist in Tetra Rouge da. Also quasi die Kurve zu 100 Geraden, also hinter der Dunlop, hinter den Esses. Und dementsprechend bekommen wir hoffentlich sehr, sehr viel mit. Wir waren noch nie, wir waren alle noch nie da. Ja, dementsprechend ja, Henrik hatte das zum Abi geschenkt bekommen und ja, ich ist dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr auf jeden Fall auch ganz oben auf meiner Bucketlist hatte. Da haben wir jetzt zusammen alles geplant. Ja. Ich möchte übrigens nochmal ganz kurz hier erwähnen, ich kenne in Le Mans eine Kurve, das ist die Dunlop. Und das ist meine Lieblingsstrecke. Ich kenne nicht eine Kurve. Keine Bezeichnung. Ich kenne von keiner Kurve eine Bezeichnung, weil mir das einfach völlig egal ist. Aber, aber wenn es übertragen wird, ist es schon nicht schlecht, wenn man weiß, okay, der Kommentator sagt jetzt, okay, in Indianapolis oder in Mulsanne ist jetzt einer eingeschlagen. Nee. Ist auch für mich völlig, ist auch nicht von Relevanz. Beispielsweise jetzt, ich bin ja in den Genuss gekommen, die Nordschleife mitfahren zu dürfen. Ja. Ähm. Döttinger Höhe, das war es, mehr, mehr kenne ich nicht. Aber natürlich visuell durch das ganze Fahren kennst du ja jede Kurve. Ganz viele Fahrer kennen die Streckenabschnitte auch nicht. Die haben deswegen auch überall die Sticker in der Tür. Die wissen das, woher auch. Also. Ich hatte da letztens so einen richtig witzigen Kommentar unter dem Tim, unter dem Video, als ich mit Tim gefahren bin, wo mich einer belabbt hat, dass ich doch so als Motorsport-Fan die Kurvennamen nicht kenne. Und ich mir so denke, das ist mir doch scheißegal, wie die Kurve heißt. Wenn ich da durchfahre, weiß ich, wo ich bin. Ja. Mir ist doch egal, wie die jetzt heißt. Wenn die Leute mal von YouTube-Kurve reden, weiß ich doch nicht. Ich hab auch die, äh, die, das Karussell hab ich ja auch umbenannt in die Ostblock-Kurve. Weil die halt einfach Platten drin hat. Deswegen heißt die bei mir Ostblock-Kurve. Und die andere oben, die heißt Westblock-Kurve. Also das kleine, sozusagen Karussell, das hab ich einfach umbenannt. Das hat an sich, außer dass es kleines Karussell heißt, das große heißt der Karaciola-Karussell, das kleine hat gar keinen spezifischen Namen. Das ist einfach der Schwalbenschwanz-Ausgang beziehungsweise das kleine Karussell. Aber es ist nirgendwo, gehst du auf einer Streckenkarte kleines Karussell sehen, weil das gibt's einfach nicht. Ja, wie gesagt, mir ist das noch schnuppelig. Aber ja, im Endeffekt, deswegen, also wenn jeder Rennfahrer, also jetzt gerade die Jungs, die GT World Challenge und Imsa fahren, wie sollen die sich alle Strecken haben? Das funktioniert ja gar nicht. Na eben. Nee. Es ist, ich hoffe, du kannst es fahren, so, das ist doch das Wichtigste. 100 Prozent. Aber fahren werde ich die Strecke auch nicht nochmal. Die Nordschleife? Nee. Welche Stände war für dich am, okay, jetzt ohne Strecke. Keine. Keine. Keine krass. Nee. Wo ich zum ersten Mal selber gefahren bin, war für mich, ja, das ist jetzt das Ding, dass man das schwer beschreiben kann. Du hast ja den Pflanzgarten 1, wo du so leicht abhebst, wo das Auto springt. Ja. Dann hast du ihn da rechts, dann geht es links hoch und dann, Stefan, hin zum, genau. Ich weiß, ich weiß, wo wir sind, ja. Ja. Da fand ich zum Beispiel die Kompression halt extrem. Also wenn du unten in der Senke bist und dann die Bewegung nach oben. Also, da hat mein Magen einmal irgendwie so gesagt, okay, das ist jetzt nicht üblich. Das hatte ich beispielsweise gar nicht. Nein? Nee, ich hab gekotzt, aber aus dem ganz einfachen Grund, weil ich zu viel gegessen hab vorher und ich musste pinkeln und ich musste mir alles gleichzeitig irgendwie, musste ich das meinem Körper sagen und ich denke, er war einfach damit überfordert so. Ja. Aber wenn du, also in dem Video kannst du auch sehen, mein Stresslevel ist super niedrig. Mhm. So, weil, also es ist wirklich, die einzige Frage, die du dir stellst beim Fahren, beim Mitfahren und ich denke mal, selber fahren ist noch was anderes, als ob du bei einem Tim Heinemann mitfährst, wo das seine Heimstrecke ist, weil der wird das Ding schon nochmal ein bisschen anders prügeln. Ja, 1000%. Ich will jetzt, ich will jetzt überhaupt nicht deine Experience mit meiner Experience vergleichen, weil, nee, 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 weißt du, es gibt da, es gibt da so Spezialisten da draußen, äh, was kotzt du da an dem Auto und ich denke mir dann so, ja gut, setz dich doch mal bei dem Dude da mit in das Auto rein, mach, gönn dir das mal. Mit dem Auto und dem Fahrer, ja. Ja, gönn dir das mal. Und der dir dann auch noch sagt, reißen wir jetzt an oder reißen wir jetzt an? Na klar, reißen wir jetzt an und dann reißt du ja auch an. Aber so vom, vom Gefühl her, es ist jetzt nicht so, als wenn dir das irgendwie, Ja. Es ist nur die Bewegung, die du halt hast, so. Was ich mal wirklich gerne machen wollen würde, es gibt von Kevin Estre, der hat so eine Organisation, also der ist Botschafter einer Organisation, die für, ich weiß nicht, ich hab mich noch nie so richtig auseinandergesetzt, weil die französisch ist, aber ich glaube, das ist für krebskranke Kinder und der macht einmal im Jahr bietet Taxifahrten an für einen ordentlichen Preis, dass die zum wohltätigen Zweck für diese Organisation gespendet werden und dann sitzt du halt eine Runde neben Kevin Estre auf dem Beifahrersitz, jetzt dieses Jahr war es ein GT3 ES, letztes Jahr war es ein GT3 ES und nächstes Jahr wird es wahrscheinlich dann das Mantai-Kit mit dem GT3 ES in Kombination sein. Ich weiß nicht, ob es mir das wert ist, aber ich würde mir das irgendwie schon mal ganz gerne geben, plus hätte ich dann auch einen Anlass auf jeden Helm, den ich habe, ein Autogramm zu bekommen, ohne ihn gestresst. Kann ich dir sagen, du bist ja wirklich ein sehr großer Fan. Also von der Schleife und auch von dem Rennsport, sag ich dir, wie es ist, ne? Also wenn ich jetzt in deiner Position wäre, würde ich da locker ein Taui hinlegen für. Ja, das kostet, also dieses Jahr hat es 800 gekostet. Das würde ich dicke hinlegen. Aus dem ganz einfachen Grund, du wirst das alles anders sehen. Du wirst alles, also du wirst danach wirklich alles, alles anders sehen. Also für mich persönlich, seitdem ich das jetzt mit Tim gemacht habe und Tim, Dankeschön dafür nochmals, das alles andere ist Kindergeburtstag. Also ich habe wirklich die anderen Taxifahrer gesehen, die Tim noch überholt hat, die vor uns rausgefahren, Wahnsinn. Ja. So, die fahren Taxi. Die, also die fahren auch, die fahren auch zügig. Aber das kannst du nicht vergleichen. Das denke ich mir nämlich auch, weil eine normale Taxifahrt bist du ja bei Gatspeed. Ich will jetzt, ich glaube, ihr seid sogar mit dem Gatspeed-Taxi gefahren. Genau. Ja. Genau. Aber da sitzt ja ja kein Profi-Profi drauf. Doch, sitzen auch welche drauf. Ja, aber, also da sitzt mal ein Tobi Müller zum Beispiel drauf. Das ist ein Profi, klar. Aber da sitzt jetzt kein Kaliber wie jetzt Tim Heinemann oder Kevin Estre auf dem Fahrrad. Das meine ich. Ja. Und dann bezahlst du halt, ja, so 380, 400. Und dann habe ich mir gedacht, okay, auch wenn die Runde von Estre dann wahrscheinlich doch mal noch nur eine Minute kürzer ist vom Vergnügen her. Aber dann hast du halt einmal komplett in die Fresse und dann bist du halt auch fertig damit. Das kannst du, Jonas, glaub mir. Also wenn da, wenn da wirklich jemand aussteigt, aus dem Beifahrer sitzt, der noch nie in seinem Leben Rennen gefahren ist und danach sagt, und danach... Ja, wenn ich meine Freunde da reinsetze, dann denkt dann, die wird sterben auf dieser Runde und zwar 15 Mal. Nee, aber wer danach aussteigt und sagt, er will Rennfahrer werden. Ja. Das möchte ich sehen. Ja. Dass du wirklich, also unberührt, ne, wirklich, also, dass du jetzt selber drüber gefahren, bist, das kann man ja nicht vergleichen. Überhaupt gar nicht. Aber du setzt dich, du setzt dich da rein, steigst aus und sagst, du willst Rennfahrer werden. Nach der Nordschleife, wenn dich ein Tim Heinemann oder ein Esre fährt, bin ich gespannt drauf. Bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Weil dann hast du richtig, richtig ein Ei am Wandern. Weil du kannst dir, du kannst dir das nicht vorstellen, wenn der Dude dir sagt, der ist 80% gefahren mit dem Auto. Ja, ja, doch. Wenn der nur 80% gefahren ist und der fliegt dir, keine Ahnung, wie die Kurve heißt, die oben rum geht, wo du nicht, in iRacing kannst du ja nicht vollfahren. Äh, Mutkurve. Ne, die davor, die andere, wo es danach rechts runter geht. Ähm, Schwedenkreuz? Ist das Schwedenkreuz? Die so hoch gehen und dann links rum? Ja, Schwedenkreuz. Wenn du da drinnen sitzt und der wirklich Alarm macht, ja, mit Lupfen, also, er ist noch gelupft, aber normalerweise fährt er die voll. Da geht die drei, fahren die voll, ja. Er, ja, naja, er hat halt ein bisschen gelupft. Bodenlos. Also, du stehst an dieser Stelle und du denkst dir, okay, da müsst ihr jetzt gleich die Bremse, oder zumindest aus dem Sound her, so eine kurze Pause, aber die, du siehst dann wirklich, das ist dann der Unterschied zwischen einem Pro und einem AM, an der Stelle, du siehst, die Pros, die ziehen alle durch und die AMs, die haben halt so einen kleinen Lupfer, aber das ist halt der Unterschied, ne? Das ist halt, ja. Also, das ist die krasseste Stelle, äh, finde ich persönlich in, in, auf dieser Strecke. Ja. In einem Auto. Weil du einfach, weil du kannst dir wirklich in deinem Kopf nicht vorstellen, wie dieses Auto noch auf der Straße ist. Das, das funktioniert physikalisch und deine Rübe funktioniert das nicht. Ja. Wie das Auto noch drauf sein kann und du dann merkst, wie er sich hinten rechts reinbeißt, also wenn er aufsetzt, wieder richtig aufsetzt und dann, pfiuh. Ja, ich glaube, dann werde ich wahrscheinlich Instagram mal auf, äh, ganz aktiv stellen zu dem Zeitraum, wo das angekündigt wird und dann werde ich hoffen, einer der glücklichen 20 zu sein. Also ich sage, weil es nämlich auch dann die, also einmal das Wollen ist das eine, das Machen dann ist aber das andere, weil Estre ist jetzt nicht wahnsinnig unpopulär und wenn der das ankündigt und der sagt, er hat 20 Plätze frei, dann sind die 20 Plätze in 5 Minuten halt weg. Ne, der hatte dieses Jahr ja auch Glück, das Ganze machen zu können. Endlich, der hat es wohl auch die ganzen Jahre versucht und er hat es endlich geschafft, einen Spot zu bekommen und der war doch auch sichtlich beeindruckt und der ist ja auch schon alles und jedes Auto auf der Schleife gefahren. Ja, ja, ich, also ich glaube schon, dass es für mich gerade auch mit dem Aspekt, mit dem Fan sein von dem Fahrer und Kombination Porsche und Schleife, da muss das Sparbuch mal einmal geplündert werden. Ich kann das wirklich nur jedem, oder einfach mal ein paar weniger Autos in die Vitrine wandern. Ich bin für, also falls du das machst, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, wirklich, weil die Kommentare so sind sehr durchwachsen bei YouTube, einige machen sich so ein bisschen darüber lustig, so, weißt du, hi hi ha ha. Will ich mit dem Leben aufkommen? Nee, also für mich ist das fein. Also Tim hat auch gesagt so, ey, wenn du jetzt, du kannst das mal irgendwie auch rausschneiden und so, ich so, ey, das gehört alles dazu, die Leute können ruhig sehen, was das macht so. Also die Leute sollen mal wissen, was ihr da in diesem Auto macht, ne, weil jetzt beispielsweise, wenn du dir bei Misha die Videos anguckst, der bewegt sich ja auch schon ein bisschen mit und fährt ja auch selber, aber also auch an der Stelle ist es nochmal ein Unterschied, wenn du in der Schüssel drinnen sitzt, wo einer drinnen sitzt, der weiß, was er da macht. Also nicht, dass die anderen das nicht wissen, aber der geht halt, der committet das Ding halt. Ja, Misha weiß ja auch, wie es funktioniert und dann siehst du ja auch bei den Beifahrern, ich weiß nicht immer, das ist glaube ich eine Mischung aus Respekt, Angst, aber auch Angst vor, dass er sein, dein eigenes Auto kaputt macht. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Aspekt, dass viele so ängstlich aussehen, aber gar nicht mal, weil sie Angst von sich aus haben, sondern eher Angst um ihr eigenes Auto. Das kann sein, ja. Aber grundsätzlich, wenn du da so mal in die Augen guckst, dann haben die da auch immer so, okay, so jetzt den Pflanzgarten, hups, mal einmal mit allen vielen so, ne, einmal in der Luft sein. Das Geile ist ja, das kannte ich ja alles gar nicht. Das ist ja, das ist ja gerade das Geile, mich hat das ja überhaupt alles nicht geschockt, weil das war ja alles das erste Mal, für mich ist das ja normal, wenn ich jetzt was anderes fahren würde, ist das wahrscheinlich alles geht an der Geburtstag. Dann lade ich dich mal auf eine Runde ab, GTI, auf der Nordschleife ein. Du meinst, können wir gerne machen, aber da denke ich mir so, können wir... Das ist unterhaltsam. Also frag Marco, wir waren letzt, wir waren jetzt, Anfang des Jahres waren wir im Rahmen von Rennwelt und Community Day waren wir da. Ja. Dann sind wir abends noch zur Schleife gefahren. Tobi Pfeffer ist auch mitgefahren, beziehungsweise der ist, der hat sich so ein Ringtooler gemietet und im Endeffekt saßen Gambal, Marco, der Kollege von Marco und ich in dem kleinen, in der kleinen Kanonenkugel da und äh, ja, war halt Wahnsinn, weil im Endeffekt war es Samstagabend, war die Hölle los. Also wir hatten, auf der einen Runde hatten wir fünfmal 9 und 2 Gita 3 S, die an uns vorbei geflogen sind. Ja. Und du bist halt wirklich und da macht man sich, das finde ich auch nicht richtig, da macht man sich mit 24 über den Dutch ja immer so unfassbar lustig. wie die Kiste denn da in 24 Stunden fahren kann und das kann ja jeder und der ist ja so langsam. Nee. Alter, die ganzen, also wirklich die ganze Übersicht zu haben, okay, zu wissen, es ist das eigene Auto, wenn du jetzt verunfallst, dann darfst du die Leitplanke zahlen, dann darfst du einen Abschlepper zahlen, ist dein Auto kaputt, okay, ne? aber trotzdem immer die Übersicht zu haben, wer kommt da jetzt in welchem Tempo, mit welchem Abstand und dann ist es ja nochmal ein Unterschied, ob du jetzt ein Straßenauto zu Straßenauto vergleichst oder ein Dutchia zu einem SP9 GT3 Auto, das sind ja nochmal Dimensionen und dann habe ich auf einmal den allergrößten Respekt vor dem Dutchia-Fahrer. Ey, wir sind, wir hatten bei der zweiten Runde hatten wir Verkehr und schöne Grüße gehen raus an den Herrn Heinemann, dann hat er nicht juckt. Der ist das Ding wirklich, also der ist das, gefühlt ist der das gefahren wie im 24er. Ohne Scheiß, da war so ein, da war so ein Familienvan, ich weiß gar nicht, was für eine Marke das war, der ist in eine Rechtskurve gefahren und du hast wirklich nur gesehen, wie die Nase vorne gerade so dran vorbei gepasst hat, ne? Also kurz rollen lassen, gerade vorbei gepasst und das Ding hat schon wieder, der hat schon wieder reingeschrubbt. Und du sitzt in dem Auto drinnen und denkst dir so, wow. Entschuldigung. Das ist wirklich so, ey, sorry, sorry. Und der hat das Ding einfach geprügelt. Das nochmal, weißt du, also die Gatspeed-Autos untereinander, die haben sich dann Platz gelassen, also weil wir sind nochmal an einem BMW, sind wir nochmal vorbeigefahren von Gatspeed. Aber auch da war ein Motorradfahrer, ne? Alter, ohne Scheiß. Also ich würde da als Motorrad, wenn ich Motorrad fahren würde, das wäre die letzte, mit Abstand die letzte Strecke, auf die ich mit meinem Motorrad fahren würde. Mit Abstand die letzte. Also wenn da hinter dir ein Porsche GT3 RS kommt, wo ein Heinemann drinnen sitzt, ja? Oder ein Estre, oder was auch immer. Bagger, da war so viel Platz! Ich denk mir so, was ist mit dir? Der hat wirklich, das ist komplett aufgerechnet. Das ist einfach total bescheuert. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und es ist nicht so, dass du davon geschockt bist oder so, sondern das ist einfach so, holy shit, Alter, du hast einfach Fähigkeiten, die werde ich in meinem Leben nicht haben. Ja. Ja. Das einzuschätzen, unter diesen Geschwindigkeiten, in den Millisekunden, dass nichts passiert. Und das sind nur 80 Prozent. Ich will mir nicht vorstellen, wie das ist in einem 24er. Egal wo. Ja, vor allen Dingen dann so ein 24er wie dieses Jahr, wo du ja wechselhafte Bedingungen, da war ja jede Runde, hatten die Fahrer ja auch gesagt, jede Runde war anders. Du konntest dich nicht drauf einstellen, wo war es nass, wo war es trocken, wo war ein bisschen Gischt, wo war keine Gischt, wo war Nebel, wo war kein Nebel. Das mag man sich nicht vorstellen. Und dann aber auch der Druck und die Verantwortung, die er auf einem lastet. Man zieht immer Estre so schnell auf, so nach dem Motto, ja, ist der Schnellste, aber auch genauso schnell in der Wand. Aber der committet sich halt zu 100 Prozent. Und ja, dann ist das einfach mal, wie jetzt letztes Jahr, dann ist es vielleicht auch einfach mal Mühe drüber. Dafür macht er aber genau mit dieser fahrerischen Art, die er ja hat, macht er ja so viel Eindruck auf die anderen. Wenn du siehst, wenn der Gredo mal ein bisschen weiter hinten starten müsste oder musste letztes Jahr oder vor zwei Jahren, nee, vor zwei Jahren musste er ein bisschen weiter hinten starten, weil die irgendwie nicht ins Top-Qualifying gekommen sind. Wie der die ersten Runden da fährt, der lässt die anderen Fahrer aussehen, als wenn das absolute Vollamateure wären, obwohl die in einem GT3-Auto sitzen. Weil der fährt an denen außen vorbei, wo du denkst, ja, okay, das war jetzt ein Pro-AM. Ach nee, da war Dries Fanto im Audi drin. Okay, alles klar, ja, okay, ja. also, ne, der committet sich halt zu 100 Prozent und ja, es geht mal schief, aber in neun von zehn Fällen geht's halt gut und ist der absolute Held. Aber genauso lünchen sie ihn dann, wenn das einmal dann halt nicht gut geht. Das ist immer so. Ja. Ne, gut, dann, auf deine, auf deinem Erzählen hin, werde ich dann mal wahrscheinlich nächstes Jahr. Probier's. Wirklich. Also, das kann ich jedem da draußen, jedem da draußen wirklich nur ans Herz legen. Also, wer schon immer mal geträumt hat, so, macht das mal. Also, das verändert auch die Sicht auf Rennfahren. Also, ich fand schon, so, auf dem Sachsenring fand ich schon krass. Ähm, aber das war nochmal was anderes. Ja, glaube ich. Weil da saß jemand, also, ich, ich würde sagen, dass der, der Audi ist nicht voll committed, so, vielleicht 60, 70 Prozent gefahren, aber diesmal da ist da jemand drin, der wollte es mir halt einfach geben. Ja. Ja. Und das hat man gemerkt. Grüße gehen raus an Tim. Grüße gehen raus an Tim. Fantastischer Mensch. Kann ich auch jedem nur empfehlen, dem mal zu folgen. Top Typ. Hat uns sehr viel für die Simracing-Community gemacht und dafür kann man einfach dem Tim nur dankbar sein. Ist so. Stimmt. Macht er immer noch. Ja. du bist ja, hast ja gesagt, äh, begeisterter Zuschauer dieses Podcastes. Hundert Prozent. Dann kennst du ja auch unser Minispiel. Das kenne ich, ja. Okay. Also muss ich dir das nicht erklären. Das musst du mir nicht erklären, nee. Du weißt auch, dass du den Podcast abschließt. Das weißt du auch, ja? Ja. Cool. Dann lass uns rein ins Minispiel. Ja. Hast du dir schon Gedanken gemacht darüber? Heute. Oh. Momentan. Ah ja. Ein bisschen. Okay, okay, okay. Ich bin gespannt. Wird's der Biermann? Hm? Wird's der Biermann? Willst du Biermann jetzt aus dem Geschäft nehmen? Nee, nee, mit weniger. Okay. Hundert Prozent. Also ich bin damals in der 9 und 5 gefahren und das Rennen, wo ich Remo Großenbacher, da kommen wir wieder zum Thema, wo es angefangen hat, wo ich den unfassbar aus dem Leben genommen hatte, hatte ich die Nummer 95. Ist das jetzt... Ich weiß nicht, ob ich die Zahl noch umdrehen soll. Ich weiß nicht, ob ich lieber 59 sage, um mich nicht zu blamieren. Also ich meine, wir hatten jetzt... Ja, ich bin halt im Endeffekt, im Endeffekt bin ich kein Content Creator und ich bin kein E-Sportler in dem Sinne, dass man mich jeden Tag oder mich jede Woche in den Rennen sieht. Also ich bin halt gerade, was die letzten anderthalb Jahre angeht, doch so sehr von der Bildfläche in Anführungsstrichen verschwunden, aber war halt genauso viel war ich halt im Jahr 2020, 2021. Aber du hast ja Rücken. Du sitzt ja, du hast ja das bekannteste, würde ich jetzt mal sagen, also mit eines der bekanntesten deutschen E-Sports-Teame im Rücken. Jetzt. Ja, das stimmt. Neuerdings. Ja, ja, dann sagen wir 95, Eine Hommage an Remo. Ach. Ist das hier, ist die 95 das Friedensangebot? Ja. Okay. Und an den World Cup, weil da war die 995. war da. Und mit dem World Cup, also da habe ich wirklich die besten Erinnerungen dran, tatsächlich. Das war echt ne... Pass auf, wir machen jetzt einen Deal. Ja. Wenn du die 95 erreichst, lädst du Remo in den Podcast ein. Als Friedensangebot. Er wäre eine gute Story, aber ich, ich, ähm, weiß nicht, wie Remo aktuell hat, den habe ich Ewigkeiten nicht mehr streamen gesehen. Ich habe ihn letztens gerade gesehen auf, äh, auf, äh, Taladega. Ach ja, der fährt ja jetzt oval, ja. Ja. Und Indy auch. Aber ist kein Problem, war ich alleine. Das wäre jetzt nur eine witzige Geschichte gewesen. Das stimmt. Wir tun einfach so, weißt du, wenn du die 95 erreichst und Remo kommt in den Podcast, dann schiebe ich das einfach zu dir und sage, du hast das gemacht. Sonst hätte ich eine andere Empfehlung für dich. Wer denn? Ähm, ich war letztens auf dem Gag-Collector Trackday. Ja. Und habe dann einen sehr wunderbaren Menschen kennengelernt, beziehungsweise wieder wieder sehen dürfen, den ich auch schon länger kenne. Ja. Den du auch schon mal besucht hast. Denso war, glaube ich, noch nicht da, oder? Doch, ich war doch, Denso war einer der Ersten. Im Podcast? Ja. Ich habe bei Denso sogar im Laden eine der Ersten Folgen aufgenommen. Ja, ja, im Podcast, aber der ist auch schon wieder zwei Jahre her. Nee, das war letztes Jahr. Ja, dann, also ich habe es wirklich geguckt. Alles gut. Nee, bei Denso muss ich dir ganz ehrlich sagen, Jonas, also ja, machen wir nochmal, aber Denso kriegt eine Special-Folge vor Ort in seinem Laden. Okay, alles klar. Also Denso machen wir auf jeden Fall noch. Das ist auch auf dem Blatt Papier, aber das machen wir im Laden. Okay. Das muss so ein bisschen, weißt du, das ist dasselbe wie Tim, also falls Tim nochmal kommen sollte, machen wir das auch im Auto. Geil. wenn er dich auf der Nordschleife quält, machen wir das auch. nein, das nicht, aber der Podcast muss ja auch irgendwann mal evolfen, weißt du? So weiß ich, falls wir irgendwann mal, du und ich nochmal eine Folge aufnehmen, müssen wir das ja an der Nordschleife jetzt machen. Oder in Le Mans. Oder in Le Mans, also bei irgendeinem Rennen so, weißt du, es muss ja, der Podcast muss ja weitergehen. Oder in Bathurst. Da fahre ich nächstes Jahr hin. Steht's fest? Also, wenn jetzt das weiter so gut läuft und funktioniert, dann sollte das im Februar stattfinden, nächsten Jahresjahr. Ja, dieses Event hat mir sehr, sehr viel Geld, hat mich sehr, sehr viel Geld bisher gekostet, sehr, sehr viel Geld. Warst du schon da? Ne, ich war noch nicht da, aber ich sammle ja die Autos davon und die Autos sind unfassbar teuer. Oh, das glaube ich dir. Weil die kommen aus Australien halt auch tatsächlich. Ich habe eins wirklich aus Australien, von einem australischen Händler, mit Zoll und dem ganzen Pebapo, ja. Naja, falls ich da bin, dann vielleicht kann ich dir ja was mitbringen. Also Bathurst ist wirklich, was das angeht, echt undankbar, weil das sind mit Abstand, mit Abstand die teuersten Autos. Hast du einen Bentley von denen? Ja. Ja? Ja. Die 108 oder 107? Äh, ich glaube die 8, die gewonnen hat. Oh, der schöne Grüne, Alter. Oh, das war so, da war ich so traurig, ne? Von 2020. Soll ich mal kurz holen? Ne, hör auf jetzt. Ne, lass. Ja, du musst, nein. Ich möchte einfach mich daran erfreuen, dass du dieses Auto da hinten drin hast. Weil das, das Auto hat für mich, das hat für mich einen gewissen Prestigewert und das freut mich für dich. Komplett. Das freut mich sehr, dass du die 108 hast. Ne, die 8. Nur die 8? Ach ne, du wirst, ja, 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 okay. 2020 mit Pepper, Sule und Suchek. Und 21, ne, war 21 das letzte Bentley-Rennen? 21 müsste das letzte gewesen sein. Weil da sind sie 108 und 107 gefahren. Ja. Ja, genau. Ja, dann war das ein Jahr danach. Deswegen sag ich ja, ich freu mich sehr, sehr darüber, weil das war ja das letzte Jahr, wo die gefahren sind. Und das ist ja so geil beim Bentley, weil das das vorne im Grill drin ist. Boah. Das ist einfach, oah. Auf meinem Arbeitslaptop habe ich als Hintergrund, das war auch zum selben Jahr, die 7, wo die Kängurus die Strecke befeuert, beziehungsweise auf der Strecke rumgehüpft sind. Und dann hast du ein perfektes Bild, wo quasi, wo du von Skyline, wo der Bentley rechts war und das Känguru links. Und dieses Bild ist so, so gut. habe ich auf meinem Arbeitslaptop, ja. Das gibt's nur im Bathurst. Das gibt's nur im Bathurst, ja. Ich hoffe, dass du nächstes Jahr mal gucken. Doch, dass das alles klappt. Das wäre geil. Ja. Ja, ist nicht so günstig mit zwei Mann, weil du musst ja Kameramensch, nimmst ja auch mit dann, damit du sehr viel aufnehmen kannst. Geil. Ja, sowas kaufst du dann, ja. Na ja. Man gönnt sich das ja nicht nur, man gönnt sich das ja für einmal oder zweimal. Ja. ich fange jetzt meine Schlussrede an und du beendest die Bude hier. Mach immer so. Jonas, es hat mich sehr gefreut, dass du heute da warst und wir haben uns nie wirklich so richtig kennengelernt. So fernab von, wir haben uns mal auf einer Messe gesehen und mal hier und da ein bisschen geschrieben. Du fragst mich, glaube ich, auch schon seit drei Jahren, ob wir zusammen mal ein Rennen fahren. Was wir aber nie getan haben, weil ich dich noch nie wirklich einschätzen konnte. Das ist der Grund übrigens. Nicht, weil ich dich nicht mag, sondern weil ich dich nicht einschätzen kann. Ich muss das immer wissen, ungefähr Pi mal Irre. Aber ich glaube, das ist jetzt kein Problem, Jonas, dass wir mal zusammen ein Rennen fahren. Ich sehe uns ja im Cup Porsche mal. Da sehe ich uns einfach mal. Du siehst dich im Cup Porsche? Da sehe ich mich jetzt einfach mal, ja. Du hast ja gesagt, du hast ja auch vorhin gesagt, man muss ja in der Horizonte mal erweitern. Ja. Also sehe ich mich da jetzt auch mal mit dir in den Cup Porsche, um meinen Horizont zu erweitern. Und wenn ich das nicht mit dir mache, mit wem denn sonst? Da bleibt ja dann nachher nur noch Marc übrig, aber Marc kenne ich noch nicht, also nehme ich dich. Also fahren wir irgendwann gemeinsam mal was im LMP2 und irgendwas in den Cup Porsche. Da sehe ich uns. Und oval zu Weihnachten. Ich habe übrigens keine Ahnung, wovon du redest mit Weihnachten. Ich weiß es nicht. Also ich habe noch nie irgendwas von irgendwo gehört, was Weihnachten stattfinden soll. Nein, ich auch nicht. Aber wir im Discord scherzen immer so, also zur Weihnachtszeit fahren wir links rum. Ja, und dann bleibt ihr alle drauf pappen. Und darauf warte ich. Und dann sitzen wir nämlich alle da in den Wochen und dann fahren wir zusammen Rennen, weil wir dann irgendwann alle im selben Split sind. Und weißt du, was das Schöne ist? Da kann ich euch mal was beibringen. Sonst lerne ich immer nur was von euch und so kann ich euch endlich mal was beibringen. Das ist richtig geil. Da freue ich mich drauf. Aber lassen, dann können wir ja gerne mal hier NEC, vier Stunden zu zweit im Cup Porsche. Da sehe ich uns. Das macht auch, also die haben jetzt mittlerweile dann auch Regen ab und zu. Du bist ja jetzt nicht der allergrößte Regenfreund, aber Regen auf der Nordschleife ist wieder gut umgesetzt, wie ich finde. Das macht Spaß. Ich bin schon Regenfreund, aber ich bin nicht Freund von Monsunregen. Also das ist mal... Grüße. Das ist noch ein Unterschied, ob es da... Genau das meine ich nämlich. Danke. Ja, Rainwelten. Rainwelten. Ja. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dich heute hier zu sprechen, Jonas. Und das hat doch Ausmaße angenommen. Also das wird mit einer der längsten Folgen, da wir uns irgendwie so verloren haben in schönen Gesprächen. Was diesen Podcast hier übrigens zu einer fantastischen Sache macht. Und ich möchte dir, Jonas, nochmals danken, dass du hier warst heute und freue mich sehr auf die Rennen, die kommen und auf die nächste Folge, die wir dann wahrscheinlich irgendwo an der Bande, an der Rennstrecke aufnehmen werden oder so. Ciao, Kakao, Leute. Ja, ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte. Vielen, vielen Dank für die doch sehr angenehme Zeit. War auf jeden Fall sehr, sehr kurzweilig. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange wir gesprochen haben, aber ich glaube schon etwas über... Okay. Auf jeden Fall ein Dank an alle, die das bis zum Ende geguckt haben, wenn ihr bis zu dem Punkt gekommen seid. Und mein Schlussfazit ist einfach, fahrt nicht das, wonach alle immer sagen, dass ihr das fahren sollt, sondern fahrt einfach das, was euch Spaß macht und nicht was am realistischsten ist und was am nahesten an die Realität rankommt. Im Endeffekt ist es das Wichtigste, dass man das fährt, was einem am meisten Spaß und Freude bringt. Denn das ist ein Hobby, das ist für die meisten kein Beruf und dementsprechend sollte es Spaß machen und im Feierabend keinen Frust erzeugen. Und das habe ich zumindest aus den letzten vier Jahren gelernt, dass man eventuell auch mal etwas gegen den Strom schwimmen sollte und nicht immer alles das fahren sollte oder das fährt, wo die Menge einen hintreibt, sondern dass man eventuell auch mal etwas links und rechts schaut, ob es da eventuell auch nette Autos oder Simulationen gibt und einem den Spaß am Ende, ja. aufrechterhält. Genau. Das ist mein Schlusswort.